so wir machen immer am anfang singleplayer und danach machen wir multiplayer so machen wir die streams oder daily streamer nur praktisch in der altenpflege praktische prüfung wusste gar nicht dass es dann so das spiel hat crossplay wer mitmachen möchte kann gerne nein komm ok todder ist in meinem bäustigen spiel und hört adele so todder wenn du mitspielen willst sag bescheid wenn du mitspielen willst sag bescheid todder willst du mitspielen ne runde ne stunde ne runde stunde oder sagt ok let's go lass uns nen discord treffen oder hallo hallo ich dachte spitz mit nein habe ich nicht gesagt ok du hast ok geschrieben ja du hast gesagt wenn du mitspielen willst sag bescheid habe ich gesagt ok mach ja ok ich dachte das heißt du spielst jetzt mit ja ich mag gerade meine präsentation von morgen ich hab den bot geschmissen ok dann gehe ich auf die türen ja weg damit hier aber ganz schnell so hehehe einfach seinen bot gekickt alter ey isa du müsstest mir nochmal eine neue freundschaftsverfrage schicken aber ich glaube es ist immer noch kaputt so todder vielleicht muss ich dich trotzdem ausnutzen damit ich mit meinen freunden spielen darf weil mein crossplay ist gerade immer noch kaputt und die entwickler denen ist es scheinbar scheißegal die fixen das nicht ich habe schon support kontraktiert die haben gesagt jo jo wissen wir mehr nicht das war einfach alles was sie dazu gesagt haben jo 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 oh scheiße die spitze kriege ich nicht mehr ok du nutzt mich aus ich nutze niemanden aus doch nicht update muss laden das update ist aber nur 50 megabyte oder so ich bin erst level 5 ich lasse heute mal andere es gibt keine anderen bruder es gibt keine anderen dass man was das ist das 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 Prozent dieser gewissen ich kann ich kann dieser nicht einladen äh wie tut das meine Gruppe beigetreten gut es spielt aber keiner mit oder ok dieser braucht noch zehn Minuten oder ich habe gesehen du hast heute den ganzen Tag DVD gespielt ich bin in zehn Minuten wieder da hh 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 h h h h h h h h Dann spiele ich jetzt Killer, oder? Wenn ich eh alleine bin. Hake20 Überlebende fest? Haben wir? Ich weiß gar nicht, was für ein Level... Okay, wir haben die noch nicht prestiget. Eigentlich müssten wir Killer mal wieder prestigen. Eigentlich müssten wir Killer mal prestigen, Leute. Weil ich lass' es lieber. Wenn ich nicht Moven soll, Spam mich voll. Ach, alles gut. Alles gut. Alles gut. Warte mal, was könnte ich denn statt denen das Griff mitnehmen? Bot löscht keine Caps. Nö, nee. Ist beabsichtigt. Ist beabsichtigt, dass der Bot keine Caps mehr löscht. Vielleicht löscht es ja doch Caps. Glaub ich noch das. Oh, wir haben noch Torten. Caps auf Discord werden nicht mehr verwahrt. Das ist richtig, hab ich rausgenommen. Für Discord hab ich's rausgenommen. Ich hab' dir was privat geschickt. Wie, du hast nur was privat geschickt. Ja, der Bot löscht keine Caps mehr auf Discord. Hab ich rausgenommen. Ähm, weil wir auch ähm, für die ganzen Codes. So, immer wenn du einen DVD-Code oder einen Pokémon-Code in den Channel geschrieben hast, gab's Verwarnung wegen Caps. Das fand ich ein bisschen blöd. Es gibt in letzter Zeit viele Codes und dass die Leute dann verwarnt werden, ist blöd. Müssen halt Mods, äh, die Leute verwarnen oder so, wenn die Leute mit Caps übertreiben, aber ich glaub, das kriegt man auch so hin, oder? In bestimmten Gaming-Channels sind Caps erlaubt. Ach so, dass im Allgemeinen-Chat Caps nicht erlaubt ist, aber woanders schon. Ja. Ja, gute Idee. Herzlich willkommen, Wacacho BRW. Vielleicht geh ich auch jetzt gleich einfach ins Bett und guck mir Netflix an oder so alleine. Okay. Das Totem ist hier einfach offensichtlich erst hell. Wieso seh ich niemanden? Dieses Scheiß... Meine ganzen Totem sind jetzt schon kaputt. Ich vermisse es so rein gar nicht, Killer zu spielen, ne? Ich bin jetzt schon kaputt. Geil Ich muss wie viel? 20 Leute an den Haken hängen Okay, das wird einfach Ein halbes Jahr dauern Das Ranking ist halt einfach Bombe Es macht halt wieder richtig Spaß Toder Vielleicht lasse ich das auch sein Nach der Season wieder Vielleicht lasse ich das nach der Season einfach wieder sein Die Entwickler schaffen es einfach nicht Mein Abo ist abgelaufen Bokaccio Ist das schon ein Monat her jetzt? Bokaccio 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 Viel Spaß mit Animal Crossing Ciao Hier ist doch einer. Bam! Ich hab dich gesehen! Aha! Mathe, Mann! Ich hab dich gesehen! Ah, ah, ah! Der Mathe-Mann kann Mathe-Mann. Da sind noch Funken, das ist gut. Der Mathe-Mann ist gut. Ich hoffe, der hat kein DS. Okay, der hat sich hier versteckt. Nach der Killerrunde kannst du mitspielen. Sehr gerne. Huch, jetzt gewinne ich ja auch noch. Was ist denn nun los? Ah! Ah! Okay, ich gewinne einfach. Ich dachte, ich verliere. Gut, einfach auf einmal gewonnen. Ich dachte, ich verliere. Ich bin back. Wir spielen weiter. Wir spielen auch... Wir spielen weiter den Battle Pass. Wir hören nicht auf, Papa. Hui. Was ist deine PS4 kopiert? Naja, die wird lange kopieren, deine PS4. Die kopiert immer lange. Ist das... Das DVD-DLC? Von Resident Evil? Ja, ist es. Geil, oder? Aber es sagt auch keiner was. Danke dir. So, jetzt werde ich gleich wieder beleidigt, oder? Ich bin Rang 17. Was ist denn da los? Schon ewig nicht mehr gespielt. Da steht das, braun hier. Bin ich jetzt? Jetzt spiele ich DVD, oder? Laut Dings. So, alle, die jetzt mitspielen wollen, schreiben in den Chat. Alle, die mitspielen wollen, schreiben in den Chat. Weil Toda wird jetzt, äh, euch einladen. So, ähm... So, ähm... So, hier. Ab Montag. Das ist verboten. Das ist erlaubt. Ach, du Scheiße. Ab Montag, für den kompletten November, werden alle Hotels, alle Restaurants, alle Kinos und Theater geschlossen. Für den ganzen November. Scheiße. Das ist... Ich hab genau... Am November wird's geschlossen. Das heißt... Bis Montag hat man noch die Chance. Bis Montag hat man die Chance und dann den kompletten November nicht mehr. Bin on. Jetzt muss Toda rein. Jetzt muss Toda rein. Lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen die, du streamst. Du sollst nicht hier reinkommen. Toda. Magst du kurz einladen? Ja, dankeschön. Danke dir. Mach ich. Isa will mitspielen. So, wer noch? Vielen Dank. Das ist halt echt blöd, ne? Dass ich das nicht kann. Das war's, Toda. Du kannst wieder gehen. Vielen lieben Dank. Außer, du willst mitspielen. Bin wieder bei Merkel jetzt. Nicht nochmal stören. Geht um unsere Zukunft. Alles klar. Unsere Zukunft ist düster. Unsere Zukunft ist düster. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab jetzt zweimal betäuben. Ab jetzt kann ich ja annehmen. Ich hoffe, dass du kein Disconnect bekommst. Genau. Falls ihr noch mitspielen wollt, müsst ihr einfach mal Isabelle Mio adden. Und die Person lädt euch dann ein. Bis zum nächsten Mal. Musik Ich kann dir leider keine FA senden. Warum kannst du mir... Jaja, das ist ein Bug. Ich kann dir eine senden, aber das war's. Du kannst sie nicht annehmen, das ist ein Bug. Äh, die Entwickler beheben das irgendwann. Warte, was? Es gibt, es gibt, äh... Es gibt, lol, es gibt wieder zwei streng limitierte, äh, Cola, Cola Gläser, Leute. In der Mystery Box. Es gibt diesmal zwei streng limitierte Coca-Cola Gläser. Zwei. Und es ist nicht das Regenbogenglas. Es ist was komplett Neues, Leute. Spielst du noch Rocket League? Ecolo. Ich spiele heute, glaube ich, nicht mehr Rocket League. Ich habe immer noch den Bug, ich muss offline gehen, um Rocket League spielen zu dürfen. Ich muss meinen kompletten PC ausmachen. Ähm, Fabi, du kriegst nur über die McDonalds App zwei streng limitierte Coca-Cola Gläser. Habe ich gerade eine Mail bekommen. Und zwar ab morgen. Ab morgen bis 4.11. gibt es zwei streng limitierte Coca-Cola Gläser, die du nur durch die App bekommst. Morgen ist Donnerstag. Ich gehe morgen McDonalds. Let's go. Fabi, wenn du verreisen willst, dann mach es bis Samstag oder Sonntag. Ab Montag ist ein Monat lang Reisen verboten. Ab Montag ist für den kompletten November Reisen verboten. Alle Restaurants sind zu. Alle Kinos sind zu. Also wenn, musst du jetzt bis Samstag noch verreisen. Ich überlege, ob ich jetzt spontan irgendwie Freitag noch Dönerstag... Mann. Das heißt, ich bin jetzt den kompletten November allein. PS4 leckt nicht mehr. Jo, haben sie ja gepatcht. Kann sein, dass sie es gepatcht haben heute. Es gab ja heute ein Update. Ich habe 170 Browns noch. Nice. Isabello Mio. Wieso hilft der mir nicht? Wir hatten ihn Janett schon voll. Easy. Hat er im November noch McDonalds oder Dönerbrude offen? Nein. Nein, alles zu. Bleibt hier mal. Alles. Das ist ein neuer Lockdown. Alles hat zu außer Schule. Weil Schule ist wichtig für deine Zukunft. Für unsere Zukunft. Der ganzen Menschheit. Ja. Wenn du nicht zur Schule gehst, dann werdet ihr uns alle töten, weil ihr zu dumm seid. Verstehst du? Alles hat zu. Äh, auch nicht zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen könnte sein. Spielst du Minecraft überhaupt? Aktuell spiele ich keinen Minecraft. Zum Mitnehmen wird wahrscheinlich wieder gehen. Dass du, ähm, draußen beim McDrive reinläufst. Ohne Auto. Mori? Warte, was? Wie, du bist schon tot. Das Spiel hat doch gerade erst angefangen. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin überlegen, ob ich meinen Urlaub jetzt einfach storniere. Nächste Woche. Und dann nehme ich einfach den kompletten Dezember Urlaub. Oh Mann. Was? Oh Mann. Oh Mann. So, jetzt schnell selber heilen Die kam direkt zu mir Ich weiß, Isa, ich weiß, du kannst nichts dafür Das ist manchmal einfach Pech Das ist manchmal einfach Pech Und Mori ist halt auch nochmal richtig eklig Eklig Assi So, der Typ soll aufhören Den Killer herzulocken Wie soll ich denn den Gen machen, wenn du mit dem Killer zu mir kommst? Du bist eh tot, du hast, der hat Mori Okay Vielen Dank Das machen wir halt nicht Wie hat der mich jetzt getroffen? Manchmal frage ich mich, wie geht das? Manchmal frage ich mich, wie geht das? Ich hätte den Gen jetzt fertig gehabt Ich hätte den Gen fertig gehabt Wenn die andere Olle mir nicht inzwischen gefunkt hätte Vielleicht nur ein Mori für mich Kappa Klaus So, was machen die anderen beiden? Geil Wenigstens einer hilft mir Aber Heim mich doch Das wird nicht reichen Ja, geil Alter Alter, ich mach den Gen ganz langsam Extra nur für mich Wie lieb Wie hat Donald Trump eigentlich das Coronavirus überlebt? Der ist doch voll alt und übergewichtig Äh, indem er ganz viele Drogen und Aufkutschmittel bekommen hat Und die beste Versorgung der Welt Sein Volk stirbt vielleicht wie die Fliegen Aber er hat halt die medizinische beste Versorgung bekommen Weil er der Präsident ist Und jetzt sagt er halt einfach ganz dreist Jo, Corona ist ja nichts Ich hab's überlebt Ja, lol Wenn ich die besten Mediziner der Welt habe Die sich um mich kümmern Und weiß ich was alles spritzen Und den Rest erfolgt Dass diese Medizin nicht bekommt Dann ist doch logisch Das ist einfach nur Das macht mir scheiße Bin ich der Einzige, der hier noch Gents macht? Dieser Kappa Klaus hat den Killer schon wieder zu mir gelockt Ich fass es nicht Hä? Was macht der? Achso, Mori Scheiße Er hat Mori benutzt Jetzt kommt er zu mir Und jetzt tötet er mich Er hat Mori Nee, er tötet mich nicht Weil der andere sonst durch die Luke geht Der andere verpieselt sich sonst durch die Luke Deswegen Morit er mich nicht Er sucht jetzt die Luke Wenn er die Luke gefunden hat Morit er mich und rennt zur Luke Ich glaub, er hat die Luke gefunden Nein, er hat die nicht gefunden Er sucht sie nur Es ist einfach so lächerlich Mori zu spielen Das sieht schon geil aus Oh, oh, alter Ins Herz und dann runter Willkommen im Himmel, braun Ich muss zwei Leute Also zweimal den Killer noch betäuben Wollen wir rausgehen, Isa Oder wollen wir noch zugucken? Oh Gott Sie entkommen Geh doch raus! Mädchen G Tante Günther heißt die Killerin Hat einfach Mori mit Herzlich willkommen Flix Trail Wenn du mitspielen möchtest Lad Isa ein Lad Isa ein Also Geh in Isas Gruppe So rum Isabel Mio Mama Mio Hoch Hoch So Was will ich? Ich skill die Taschenlampe, oder? Funktioniert das immer noch nicht? Haben die das really noch nicht gefixt? Die haben das seit zwei Wochen nicht gefixt Oh, ich muss bereit drücken Sag doch was, Isa Sag doch was Und PS4 haben sie aber wenigstens gefixt Das leckt nicht mehr PS4 haben sie wenigstens gefixt Puh Mitte Erde wird im November ein PS Plus Spiel sein Was? Schatten des Krieges kommt jetzt als PS Plus Spiel kostenlos Ja Moin Ja Moin Deco Mio Schmuddelwini wurde gemeldet Wegen Hasserfield Auf Discord Was ist denn da los? Claudette ist meine Saverin Die rettet den Tag Wie Claudette rettet deinen Tag? Was? Wie was? Wo ist denn ich Wo ist denn ich Daniel? Daniel ist gar nicht mehr aktiv, ne? In der Krieg Spy Masters und Harakon Ja, meine Sachen habe ich ausgerüstet Zwei Leute noch Claudette rettet uns Mal gucken Die nächsten monatlässigen Fünfer Kriegen auch noch fett Spiele Voll unfair Warum unfair? Mitte Erde kosten muss? Ja, aber nur Schatten des Krieges Freue mich schon auf Mitte Erde Beziehungsweise der andere Teil Ist im Angebot Von 70 Euro auf 12 Euro Was? Wieso? Wie 70 Euro? Sind da alle DLCs drin oder was? Das Spiel hat niemals 70 Das hat noch nie 70 Euro gekostet Flickstrain Ich habe Mitte Erde Beide schon Platin Kappa Klaus Du hast noch keinen einzigen Da von Platin, oder? Da von Platin Doch, beide. Oh nein, was ist das denn? Die Map sieht irgendwie neu aus. Kann es sein, dass die Map neu ist? Also, überarbeitet wurde? Seht ihr diese Wände? Die sind komplett neu. Diese Wände sind grafisch komplett neu. Der Killer war einfach auf einmal neben mir. Mein Herz. Mein Herz. Niemand aufgefallen, dass beim Intro nicht mehr dieser Spund-Effekt kommt? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, dieses... Glaub ich, oder? Meinst du den? Ja, genau, der. Ach nein, es ist Dings. Ruin ist auch noch am Start. Gar kein Bock. Boah, wir brauchen noch alle Gens. Aber ich finde die Map geil. Ich finde die neue grafische Map irgendwie ziemlich nice, oder Leute? Wie findet ihr die Map? Mit den Bäumen und hier so Gras. Und die Wände, die Wände, die Steinmauern und so, die sehen halt richtig, richtig hochauflösend aus. Also, mir gefällt's. Mir gefällt's, Live-Chat. Fühlt sich komisch an. Fühlt sich komisch an. Warum fühlt sich das komisch an? Weil die Grafik so gut ist, oder was? Okay, 360p. Keine Ahnung, wo dieses scheiß Ruin-Totem ist. Da ist es schon mal nicht. Das kann nur in der Mitte der Map sein. Ja, super. Also, jetzt habt ihr ihn auch noch gefüttert, ihr Affenköpfe. Wegen Ruin haben wir verloren. Lass mich doch bitte nicht stunnen! Die Grafik sieht really nice aus. In real life noch really, really nicer. Ich weiß nicht, wo Ruin ist. Es muss in diesem Haus sein. Ne, in diesem Haus. In dem großen Haus ist Ruin. In dem großen Haus oben in der ersten Etage. Ich predikte. Ich predikte, dass es da sein wird. Das ist... Okay. Ah! Das war's für heute. Hä? Es geht gar nicht nach oben. Es geht gar nicht nach oben in dem Haus. Och nein. Der hat das Totem, das es jetzt überspringt zu allen anderen Totems. Wir haben verloren. Wir sind schon nach 10 Minuten in der Runde und wir haben noch nicht einen einzigen Gem. Ja, ja, du musst dich jeden Tag einmal einloggen, Flix Train. Dann kannst du, äh, am Ende ein Skin gratis kriegen. Ich hab' gar keinen Bock. Ich mach' jetzt einfach den Gem. Ich finde die Halloween-Skins. Ich find's richtig geil, Flix Train. Ich find die richtig geil. Alsoher. Ich 같은데? Ich weiß. Wir sind der Runde. Wer hat die Paletten getorpt? Wer hat die Paletten getorpt? Es ist immer noch Mori am Start. Äh... Ruin. Immer noch Ruin am Start. Gar kein Bock. Oha, wir haben 3 Gents gemacht. Und ob das was würde... Alles klar, Flickstrang viel Spaß beim Coden. Ja lol, Knall halt. Codette wirds richten, sie knallt einfach. Scheiße. Ich bin tot. Wann spielst du die Story von Pokémon? Weiß ich noch nicht. Ich muss mir erst mal im Klaren machen, was ich will. Was jetzt... Wie es jetzt weitergeht. Ich bin tot. Ich bin tot. Will einer mitspielen von euch? Live-Chat. Will irgendeiner mitspielen? Egal auf welcher Konsole ihr spielt. Ihr könnt sehr gerne mitmachen. Ich glaube, ich habe diese Runde niemanden gestunt. Wir müssen immer noch zwei. Okay. Ich nehme mal das. Dann nehme ich das. Oh, das würde ich noch gerne mitnehmen. Nächstes Mal. Okay, zack, zack. Isa, der Killer war einfach zu gut. Der hatte einfach dieses scheiß Ruin mit Übersprung. Das war einfach doof. Und herzlich willkommen, Mewty. So, einmal bereit drücken, Isa. Und wenn ihr mitspielen wollt, schreibt einfach kurz im Chat, hey, ich will mitspielen. Und dann könnt ihr gerne mitmachen. Egal von welcher Konsole. Ich glaube, er hatte auch Pop. Er konnte nicht poppen. Er konnte gar nicht poppen, Isa. Er konnte gar nicht poppen, weil er zum Schluss Ruin hatte. Und Ruin kann man nicht wegpoppen. Wegen Corona darf ja keiner das Land verlassen. Aber was ist mit den Leuten, die abgeschoben werden sollen? Das wird ja nicht... Wer soll denn abgeschoben werden, Live-Gamer? Du oder was? Hast du nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Kannst wohl noch einen Monat länger hierbleiben. So. Also spontan könnte man Freitag noch Urlaub machen. Freitag zu Samstag. Ich könnte meinen Urlaub noch verschieben. Oh. Irgendwie lustig, wie die Musik immer aufhört und wieder neu anfängt. Wenn man ein Item reinsetzt, was? Äh, nee. Bei mir ist alles normal. Bei mir ist alles normal. Brownie, schau mal, Discord-Message. Ist das gut? Nee, ist eine komplette Kacke. Ich hab, äh, Python hab... Mit Python kenne ich mich nicht so gut aus. Mit Python hab ich selbst mal nie gespielt. Immer wenn ich einen Don reinpacke, ändert sich die Musik. Hä? Ich hab jetzt gar keine Musik mehr. Muss ich nächste Runde mal gucken. Muss ich jetzt mal hören? Diese gruselige Musik da Ich guck gleich mal, Isa Ich guck gleich mal Und Kristall Oh, herzlich willkommen Hast du schon was geschrieben? Und Princess Leech ist auch hier Herzlich willkommen, Princess Leech Ich hoffe, ich hab dich nicht überlesen irgendwo Ich glaube nicht Mewty, bist du noch hier? Mewty, Mewty, Mewty Wie war dein Tag, Mewty? Berichte uns davon Hier ist ein Totem Das ist aus Wir gehen weiter Wir gehen weiter Nichts Nichts Nothing Nada Hier ist Claudette Die uns ja so viel Glück bringt Mal gucken, wie viel Glück sie uns bringt Ähm, okay Du hast uns sehr viel Glück gebracht, Claudette Sehr viel Glück Zu viel Glück Zu viel Glück Kappa Ja geil Sie kämmt auch noch Er, sie, es Wieso blutest du? Ich war vom Gen weg Und er kriegt mich trotzdem Das ist Äh Doof gelaufen Was? Hä? Alles klar Ich war beim Gen weg Und der kriegt mich trotzdem Was ist das für ein Killer, Mann? Warum, 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 warum Sind die so schlecht? Ich hoffe, der kommt gleich Ja, da wird gejagt, oder? Übrigens, Isa Beide Randoms machen nichts Die laufen nur rum Beide Randoms machen nichts Moment Bist du das? Okay Äh, ich nehm's zurück Nicht beide Randoms machen nichts Sondern du Und ein Random Aber vielen lieben Dank fürs Runterholen Perfekt So, jetzt aufpassen Dass wir nicht wieder von hinten gegrappt werden Ja, geil Wieso bringst du den Killer zu mir? Ach, der Russe Achtung, der ist im Haus Der ist im Haus Der ist im Haus Er läuft auf dich zu Wer auch immer Gerade zu mir rennt Geil Das ist dieser Zenfix Nichts Nichts Einen Gen Das ist traurig Isa Das ist einfach nur traurig Kommen sie Kommen sie Die Miet Heilen sie sich nicht selber Der weiß, was er tut Kappa Oh nein Der andere A A Okay Ich hole ihn gleich Meiner ist fertig, okay Aber der Killer kommt zu dir Glaub ich Wenn der Killer bei dir ist, renn nicht zum Typen Renn nicht mit dem Killer zum Okay Du rennst einfach mit dem Killer zum Parken Lost, Hashtag Lost Bam, perfekt Perfekt Nicht perfekt Nicht perfekt Ja, lol Wieso führst du den Killer zu mir, Isa? Irgendeiner muss doch den Jen machen Wie soll ich denn den Jen machen? Wenn du mit dem Killer da loopst War ich doch gar nicht Ach so, warst du nicht Und wer liegt da gerade? Wer lag da gerade neben mir? Du bist die einzige, die gerade liegt Blatt Ich hole dich gleich Ich hole dich gleich Oder Kommt jemand dich holen? Kommt dich jemand holen? Isa, eins in den Chat, wenn dich jemand holt Zwei in den Chat, wenn dich keiner holt Eins oder zwei? Soll ich dich holen, Isa? Ich hole dich jetzt einfach Bevor es zu spät ist Och Das ist doch Schmutz, was der Killer hier macht Das ist doch größter Schmutz Das ist doch Abfall Der Killer ist Abfall Okay, der andere wurde einfach gegrabt Weil er nichts gemacht hat Was für ein Scheiß Wir haben zwei Jens fast voll Live-Chat Der eine Jen ist da, wo der eine liegt Der wurde nämlich einfach gegrabt Weil der Nichts gemacht hat, Kappa Vielleicht hab ich ihn auch dahin geführt Lol, scheiße Ups Der Killer kommt genau zu uns Ich heil dich mal mit meinem Verbandskasten Bin ich, dass sie da atmet? Lauf, 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 lauf Die Stalk Wenn der Stalk kann, kann der One-Shotten Okay, du wolltest mich scammen Ich geh raus Geht raus, sonst tut er euch One-Shotten Do it und so Gut Wieder null Leute Wieder null Leute gestunt Gar kein Bock Puh, zwei Pips Das war ja die beste Runde EU-Ost Einfach mein Geschenk nicht angenommen Ich hab gesehen Ich hab ihn genommen Und hab ich gesehen, wie du gierig Äh, meinen Koffer nehmen wolltest Weil meiner ist besser Du wolltest gierig meinen Koffer nehmen So sieht's aus Du wolltest mich scammen Du wolltest mich scammen Du wolltest mich scammen Nur weil ich keinen habe? Ich hab doch hier einen Ich hab doch Halloween Brotdose Einmal bereit drücken Wieso hast du ihn liegen gelassen? So, willkommen zurück, Mewty Wieso hast du ihn liegen gelassen, Isa? Wieso hast du ihn liegen gelassen? So was macht man doch nicht Meine Musik ändert sich immer noch Warte mal Nö, das ist auf dem PC nicht so Das einzige was ist Jedes Mal wenn ich drauf drücke Bleibt das Spiel kurz stehen Seht ihr das? Hier Wenn ich so ganz schnell drücke Hab ich Standbild Ich muss langsam machen Auch bei langsam passiert nichts Ach mann Bei mir auf jeden Fall ändert es sich Ist die Playstation So wie sieht's aus Letzte Runde Letzte Runde Dein Stream hängt hinterher Ja gut Bann ist raus Kappa Häh? Warte mal Einfühlen Direkt entmutet wegen Werbung Ok Warte mal Vielen Dank. Moment mal, was? 40.000 Follower? Was ist denn da los? Hast du mal gestreamt? Ich stalke gerade meine Zuschauer. Muss man ja auch mal machen, oder? Muss man ja auch mal machen. Braune, gib mir das Schwertchen wieder. Was für ein Schwert. Was für ein Schwert? Achso, hä? Wieso hast du kein Schwert mehr? Was hast du getan? Ich wurde ermahnt und dann ist das weg. Eigentlich habe ich das ausgemacht, dass Mords ermahnt werden. Twitch-Mord-Werbung. Muss ich mir mal anschauen. Guter Punkt. Was ich mir auch noch anschauen muss, ist... Ist eigentlich die Resident Evil Serie schon draußen für Netflix, die neue? Ja, oder? Nee, noch nicht. Hm. Wann kommt die denn? Nur der Trailer. Genauso wie... Oh, die neue Map. Genauso wie... Ranger Things. Ja gut, ich knalle und er wird bestraft. So ist das Leben. Ein-Gen ist schon mal. Kappi und Aeron sind angegriffen. Lisa ist auch verletzt. Alle sind verletzt. Geil. Morgen Pokémon? Guten Tag ist morgen. Wer war's da? Keine Ahnung. Morgen ist Donnerstag. Die Woche ist einfach schon fast um. Isa liegt. Isa, du hängst jetzt schon zum zweiten Mal, oder? Kacke. Nee, zum ersten Mal. Mach jetzt die Gents. Mach jetzt die Gents. Mach jetzt die Gents. Ich hol dich, Isa. Okay, ich hol dich doch nicht. Der kämpft dich, kann es sein. Was für eine Scheiße. Ah, der eine hat sich gerettet mit der Taschenlampe. Ehrenmann. Isa, du blutest. Achte auf dich unten. Du musst dich beruhigen, glaube ich. Du musst dich beruhigen. Du schreist die ganze Zeit. Du musst dich hinhocken und beruhigen. In der Stufe 3, glaube ich. Isa, hock dich hin. Isa ist tot. Nicht hingehockt. So sieht's aus. Nein. Okay, Isa lebt wieder. Let's go. Isa ist zurück. Wir schaffen das, Isa. Wir schaffen das. Brownspark ist da. Herzlich willkommen, Brownspark. Brauni. Du musst dich auch beruhigen. Du schreist die ganze Zeit. Mein Puls ist bei 100 oder so. Brownspark, hast gehört. Zweiter Lockdown. Ab Montag. Ab 1. November für den ganzen Monat alle Restaurants zu. Alle Kinos zu. Alle Hotels zu. Ganzen November lang. Zweiter Lockdown. Alles zu. Näher ans Mikro, damit du gehört wirst. Der Killer kann gar nichts, oder? Der Killer kann ja mal gar nichts. Oh, Isa tot. Ja gut. Nee, Isa nicht tot. Ich sag mal, farmt ihr euch gegenseitig oder was macht ihr da? Versucht der Killer halt ernsthaft, dich hochzuholen, oder ist der zu doof? Moin. Klaus. Ich verstehe nicht, was ihr da macht. Kann mir einer sagen, was ihr da macht? Ich check's nicht. Ihr schreit. Ihr schreit einfach nur rum. Macht das euch Spaß? Warte. Farmt ihr gerade schön Blutpunkte ohne mich? Farmt ihr gerade schön Blutpunkte? Ich will ein Jen machen. Ihr farmt Blutpunkte, kann das sein? Er lässt mich nicht gehen. Huch, jetzt hab ich geknallt. Halt dich hoch, halt dich hoch. Ich glaub, jetzt will er uns alle. Ich hoffe, du hast Adrenalin. Ich hoffe, du hast Adrenalin, oder? Du hast Adrenalin, oder? Und Jarell, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Bisschen zu spät, Jarell. Bisschen zu spät. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Was so dumm finde. Damals, beim ersten Lockdown, wurde alles bei 40k geschlossen. Jetzt bei 100k-Fällen kam Schule. Restaurants werden geschlossen, Mewty. Ab Montag wird alles geschlossen, außer Schule. Und Schule lassen sie offen, weil die Kinder einfach dumm sind. Und die sollen nicht dumm bleiben. Weil ihr müsst irgendwann ja alles hier, was wir Schlauen am Laufen halten, müsst ihr dumm ja irgendwann auch am Laufen halten. Es geht nur, wenn ihr schlau werdet. You know what I mean to say? Let's go. Deswegen geh weiter zur Schule. Außerdem seid ihr sowieso nicht die Risikotruppe, sondern die Alten. Die Alten Schlauen sind die Risikogruppe, nicht die Jungen dumm. Ihr könnt ruhig zur Schule gehen. Let's go. Rein. Rein. Rein, Mewty. Kapi. Kapi liegt. Kämpt er jetzt? Ich glaube, er versucht jetzt zu campen, ne? Ich glaube, er versucht jetzt zu campen, um wenigstens einen Kill zu kriegen. Okay, sie gehen einfach in die andere Richtung. Lisa. Lisa, der Jen ist doch schon offen auf der anderen Seite. Das ist dumm, dass die Schule offen haben. Ja, dann geht halt nie wieder zur Schule, Mewty, und werdet alle dumm. und zersprengt dann die Welt, weil ihr dumm seid. Zerstört die Welt. Was soll denn, was soll, Mewty, was passiert denn, wenn die schlauen, alten Menschen, die noch zur Schule gegangen sind, einst, wenn die irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sind, Mewty? Wer wird denn diese schlauen Menschen ersetzen? Mewty, wer wird denn die schlauen Menschen ersetzen? Du? Und dann? Es tut mir so leid, Brownie. Ich hab's gehört. Mewty, dann bleib einfach zu Hause. Bleib einfach mal zu Hause. Mordbahn. Ich hab den anderen Part auch gelesen. Bam, 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 bam. Ich muss immer noch zwei Leute, Mann. Ich muss immer noch zwei Leute. Darf ich ja nicht. Ich muss immer noch zwei Leute, äh, zwei, zwei Killer stunnen. Ich muss noch einen vom Haken retten. Hä? Was ist das für eine Mission? Achso. Dann drück bereit. Drücken Sie bereit, wir machen noch eine Runde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weil ihr einfach nicht das Lockdown respektiert. Das war beim ersten Lockdown so. Warum solltet ihr es jetzt beim zweiten Lockdown anders machen? Ich war zu Hause, ja, Live-Gamer, aber es waren so viele Schulkinder nicht zu Hause und haben sich mit den ganzen Freundinnen getroffen. Deswegen sagt man sich jetzt so, warum geht ihr einfach weiter zur Schule? Dann lernt ihr wenigstens noch was. Mori, Mori, Mori. Das wird eine schlechte Runde jetzt. Ich schreibe es dir später einfach per WhatsApp. Oh, oh, no, Mori. Scheiße. 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 Noch knapp ein Jahr müssen wir Merkel ertragen. Und was willst du danach? Wen willst du danach ertragen? Und was willst du danach ertragen? Dieses Jahr gibt es? Dieses Jahr gibt es einfach so viele Leute, die 18 werden und wählen dürfen, wo du echt Angst haben musst. Wo du echt sagen solltest, die dürften kein Wahlrecht haben. Weil die nicht in der Schule waren. Und die einfach nicht verstehen, was Freiheit und Demokratie bedeuten. Ich kann gut verstehen, warum man sagt, die Kinder müssen zur Schule. Weil ihr sonst nicht mehr überlebensfähig seid. Nicht schon wieder der Gollum. Nicht schon wieder Gollum. Gar kein Bock. Ich habe irgendein Totem gefunden, was anders ist. Genau bei der Treppe. Genau bei der Treppe. Good luck, Brownie. Hä? Du auch. Nervenkitzel des Todes. Geh zum Jen. Geh zum Jen. Geh zum Jen. Eins weiter. Yes. Das ist doch scheiße. Mann, ich wollte das Totem machen und bei 99% wurde ich unterbrochen. Bei 99% wurde mein Totem, Dingsbums, Vorschlag, Dingsbums, angeschlagen, Dingsbums. Ich glaube, der Killer ist voll schlecht, kann das sein? Der ist rechts rum, obwohl du links rum bist. Ich versuche nochmal das Totem zu machen. Er hat Nervenkitzel der Jagd. Ja genau, das versuche ich gerade wegzumachen. Aber ich werde ständig unterbrochen. Schon wieder. Ich krieg's einfach nicht kaputt. Ich hab's zweimal auf 90% gehabt, Isa. Des Drecks Totem. Das muss jemand anderes jetzt machen. Das ist genau an der Treppe. Das ist genau an der Treppe. Wobei, vielleicht ist es auch egal. Vielleicht ist es auch egal. Okay, oben. Einer macht oben den letzten Jen. Der andere steht oben rum und ist AFK. Und der andere wird gejagt. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt machen beide oben den Jen. Die lassen mich hier einfach hängen. Weg, weg, weg. Geh nicht in die Richtung. Renn nach oben. Ich hoffe, er trifft dich nicht. Holy shit, wer hat denn da gerade so geschrien? Er kommt. Mädchen, was machst du? Beruhig dich. Beruhig dich. Habt ihr auf WhatsApp geschrieben? Alles klar. Haben sie sich beruhigt? Haben sie sich beruhigt, ja? Sehr gut. Wir sind einfach entkommen. Lol, er hat Mori und hat keinen einzigen umgebracht. Er hat Mori und hat keinen einzigen umgebracht. Ah! Es geht weiter. Ah! 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 Okay, er geht einfach raus oder was? Wenn wir alle zu dritt hingehen, dann holen... Komm, let's go. Komm, let's go. Komm, let's go. Wieso machst du nichts? Der steht da einfach nur rum. Der steht da einfach nur rum, der Sack. Du hattest keine geliehene Zeit. Der steht da einfach nur rum, der Blondie. Der Felix. Schmuddel-Vinny hat sich bekommen. Kämmt er dich? Egal, hau ab. Hau ab, hau ab. Lauf, lauf, lauf. Mist hier. So eine Scheiße. Der hat gekämpft. Ey, der hat Mori. Der hat nur einen getötet und auch nur durch Campen. Also von daher alles gut. Gut. Puh. Wie sieht's aus? Er hängt einfach. Er hängt. Der andere kämmt. Loll, vielleicht sterben doch noch beide. Versuch selber... Eulenseele! Versuch selber runterzukommen. Versuch runterzukommen. Ah, das wird nix, ne? Einen Versuch hast du noch. Was? Dein Ernst? Boah, ist der dumm. Och Mann. Team. Das hast du getan. Ich geh raus. Ich kann mir das nicht anschauen. Er hat doch zwei umgebracht. Ich habe gerade DVD gespielt und dann bemerkt, du streamst es. Wie du spielst die ganze Zeit DVD? Hä, du bist doch gar nicht online. Willst du mich verarschen, Tina? Hä? Hast du dich umbenannt? Heißt du jetzt Katze? Du warst die ganze Zeit nicht online. Ganz ehrlich. Soll ich nochmal rein? Sehr gerne. Willst du? Dann komm rein. Beeil dich. Du warst die ganze Zeit. Ja, ja, chill. Scheiße. Jo, das reicht. Ich hab's gleich. Das dauert ja. Wie das dauert. Das dauert ja bei Tina. Hä? Da ist sie ja. Herzlich willkommen, Tina. Herzlich willkommen. Obwohl ich kein Mitglied bin, nutze ich mal seine Emotes. Oh mein Gott. 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 Oh. Hallo, Knorr. Knorr? Aber ich habe vorhin ein paar Freunden dbd gezeigt. Oh, und? Sind die jetzt auch süchtig? Wie finden die dbd? Und Isabel ist drin. Die mögen keine Horrorgames. Dbd ist aber auch kein Horrorgame. Dbd ist kein Horrorgame. Dbd ist kein Horrorgame. Dbd ist ein Bad. Dbd ist Dbd ist einher. Ich muss leider schon wieder weg Ab morgen wieder Schule Also wünsche ich euch noch viel Spaß Schmuddel Ich wünsche dir eine gute Nacht Ich wünsche dir eine gute Nacht Jetzt kommt gutes Gameplay Mal gucken Also wir sind gerade in Com Also besser geht es gar nicht Also es kann nur schlechter werden Okay Isa ist schon mal auf K Jetzt ist Isa wieder da Willkommen zurück Isa Du warst gerade eine Sekunde Hast du schon mal verschwendet Eine Sekunde schon mal verschwendet Mensch Isa Sag doch was Oh Ah 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 gut wir haben noch alle fünf gens verloren verloren leute raus raus wow isa ist ja profi gamer jetzt muss einer mich holen tina hol mich rennen go let's go let's go let's go let's go okay let's go okay let's go oh oh morgen ist schon dünnerstag ja dünner letzter dünner dieses jahres isa ist e-sportler isa ist richtige e-sportler ring dank isa hänge ich das erste mal er sie kommt er kommt auf euch zu ne lauf 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 besser ist oh mein gott oh mein gott oh mein gott irgendeiner loopt hier rum dass mich keiner holen kann isa loopt hier rum mit dem killer dass mich keiner holen kann beste e-sportler in kappa scheiße oh gott oh gott oh gott oh scheiße was macht ihr wieso wartet ihr macht doch was dann macht wenigstens ein gem bevor ihr gar nichts macht ich hing fest macht ein gem bevor ihr gar nichts macht okay er kommt direkt auf euch ne nase 2018 bester name da ist noch ein gem let's go okay let's go da ist auch noch ein gem da und da ach null da ist noch ein gem du bist 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 Conor hängt im Keller. Das ist das Schlechteste, was geht, Conor. Hast ja gut hingekriegt. Also, es geht halt wirklich nicht schlechter. Das ist die maximale Schlechtnis. Scheiße, Conor hängt gleich wieder im Keller, ne? Conor! Oh! Na, Isa liegt gleich auch, oder? Ne, Conor. Conor, ich hol dich gleich, Kappa. Ja, knall den Jen. Perfekt. Jetzt wissen alle, wo wir sind. Nase. Nase 2018. Tina, es tut mir leid. Es tut mir leid. Leid, leid. So, den Jen müsst ihr nur noch einmal antippen, ja? Ich hol sie. Nach dem Heilen tippt ihr einmal den Jen bitte an. Okay. Dann halt nicht nach dem Heilen. Dann halt nicht nach dem Heilen. Jetzt weiß der Killer, wo ihr seid. War jetzt nicht die beste Idee. Okay. Okay, Killa ist bei mir. Ich muss weg. Rudis. Ich hab keine Ahnung. Ihr müsst Conor holen. Geht zu Conor! Okay. Geht halt nicht zu Conor. Conor tot. Conor, tut mir leid. Kann ich auch nicht ändern. Die haben dich einfach getötet. Die haben dich einfach umgebracht. Isa hängt jetzt auf. Isa ist auch tot. Geil. Ich kann mich nicht heilen. Sie haben wohl einen Koffer. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich nicht heilen. Dieser Maid ist Sternchen. Dieser Maid ist richtig Sternchen. Ich würde mich gern heilen. Heilen, Momilen. Kann es sein, dass die Luke im Keller ist? Ich bin von. Ja, gu demos. Ich bin von. Ich bin von. Musik. Ja. Dieser Maid ist kacke. Der hat gar nichts gemacht. Die ganze Runde. Ist so. Jetzt hat er gewonnen wegen der scheiß Maid. Nein. Jetzt habe ich nicht geguckt. Jetzt habe ich nicht die Punkte gesehen. Ich mag DbD nicht so. Aber bin trotzdem hier. Oh, vielen Dank. Soll ich den Schlüssel nehmen? Let's go. Wir nehmen den Schlüssel. Oh, scheiße. Jetzt haben wir den Schlüssel genommen und haben keine Blutpunkte mehr. Düm, 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 düm. Ich nehme die Karte. Also da nehme ich den Schlüssel. Let's go. Wir brechen aus. Isar ist der einzige Modell, der aktiv ist. Ich weiß nicht, warum Daniel inaktiv ist. Ich weiß es nicht. was ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist nicht da Ulda, hi Daniel ist nicht da Er spielt Rocket League Und, oh, Christian Nieland Christian Nieland hat gesagt, es gibt die Demo von Hyrule Warriors Wann ich, äh, wann ich die denn mal spiele Können wir in ein Voice Chat? Wollt ihr wirklich in ein Voice Chat? Let's go, wir gehen rein Voice Chat Bam Voice Chat 1 Im Baseball war es ja wieder lustig Die Amis haben einem Spieler während des Spiels gesagt, dass er Corona hat Lol, hä? Was? Lol? Lisa, willst du auch kommen? Hallo Hallo, herzlich willkommen Das war ja mal eine tolle Runde Total Ich hab's einem meiner, äh, Freunde gezeigt Weil ich war vorhin in einem anderen Voice mit Freunden Und einer davon hat zugeschaut Wer denn? Äh, jemand, den du nicht kennst Ich will, kennst du alle nicht Dein, dein zukünftiger Es ist ein Mädchen Ich hab nur Freund gesagt, äh Ja, du hast Freund gesagt Männlich Eigentlich meinte ich Freundin Es war ein Mädchen Es waren noch zwei Jungs dabei Die haben nicht zugeschaut Aha, zwei Jungs waren dabei Was sind denn das für Jungs? Standard Kollegen Standard Kollegen Ja Wie alt? Äh, 14 und 14 Genau, dein Alter, oder? Nein, gar nicht Gar nicht? Nee, aber ich kenn die halt schon seit zwei Jahren Und wir haben halt so einen kleinen Freundeskreis Was ist denn das für ein Freundeskreis? Oh, komischer Da willst du nicht rein Da willst du echt nicht rein Nee, will ich auch nicht Zum Glück Da bin ich ein bisschen zu alt für Äh, um ehrlich zu sein Nein, du würdest doch perfekt reinpassen Was? Wie? Wie alt sind die denn da auf dem Server? 60 oder was? Nein, aber vom Verhalten her Würdest du einfach perfekt dazu passen Okay Okay, ein Server voller 12-Jähriger Und ich passe genau rein Das sind 14-Jährige und darüber Und ich passe direkt rein Ja Halt, ist kein Joke Bin ich so zurückgeblieben, oder was? Die sind nicht zurückgeblieben, okay Aber Ja, Alter, nicht Nee, 14 ist man okay, wenn man wie sich 14 benimmt Aber wenn ich mich wie 14 benehm ist, ist das alles andere als okay Ich hab mich so gefein' Mori? Nee, Fuchsschwanz Ich bin so süß und gefein' Isa, ich hab den Schlüssel Jetzt muss Isa nur noch uns führen, aber sie ist nicht im Talk Oh Nee, warte Isa, komm mal in den Talk Isa hat die Karte, ne? Warte, Moment Hä? Ich dachte, warte Kann man mit dem Schlüssel Die Luke sehen? Oder mit der Map? Äh, mit der Map Von was ich weiß Okay, Isa, du musst in den Talk kommen Weil der Schlüssel bringt dir eigentlich nichts Obwohl, mit dem Schlüssel kannst du die Luke vielleicht aber auch nur für Millisekunden sehen I don't know, was du tot aufhören Schau mal eine Nachricht Ich hab die Karte Junge Milch-Bubis Nee Das mag ich nicht, wenn ich live bin Schlüssel kann auch Luke sehen Also, wir müssen jetzt vier Luke machen Äh, vier Gents machen, damit wir alle dreien kommen können Und der Wendor muss sterben Herzlich willkommen, Lukas Wunderschönen guten Morgen Wie viele Gents? Vier Okay, nice Also fast alle Okay, ich bin f*** du Und da muss der andere sterben Och nee, nicht schon wie diese Map Diese Map ist so f*** du Die sieht gut aus Die ist, äh, die ist jetzt auch krabbel Nee, aber die ist einfach verflucht Oh je Ich, als, äh, als ich mit Benni mal einen halben Tag gespielt habe Warte, was? Du hast mit Benni einen halben Tag gespielt? Wann? Vor vier Monaten oder so Aha Benni Du hast mit, äh, mit, mit, äh, hier Tina Ah, das ist schon wieder Legion Was? Aber diese, diese Map ist so f*** du Legion Wer ist es? Legion? Ja, Legion Alles klar Aber diese Map ist einfach so verflucht mit Legion Nix verflucht Doch Jedes Mal Jedes Mal Oh, come on Aber Wo liegst du? Das ist jetzt nicht dein Ernst Du spielst schlecht Danke Kannst mich aber nicht blamen, weil ich seit zwei, drei Monaten nicht gespielt habe Isar-Fan Wieso ist die, warte Wieso ist Isar genau hinter dir? Ich dachte, Isar macht die Gen Sie hat versucht, mich zu retten Okay, statt einen Gen zu machen, müssen wir immer noch alle Gens machen und gleich hängt zwei am Haken Actually, ich hab den Killer zuerst abgehängt, aber dann hat er mich wieder gef- Du hast den Killer abgehängt Ja, und dann nach fünf Sekunden hat er mich wiedergef- Wir machen einfach keine Gens mehr, okay? Okay Brauch mal nicht Überall bewertet Der Killer-Camp Der Killer-Camp Der Killer-Camp nicht, der kommt zu mir Ja, okay, dann kommt er halt zu dir Okay, ich bin okay ich weiß nicht what the fuck ja ich hab den killer ausgetrickst damit ich in ihn reingelaufen cool das passiert mir jedes mal komischerweise ok komischerweise macht mal drei jens und so ja ich bin gerade an einem schönen ramm ich hab eigentlich bin nämlich gerade vorhin im kreis gelaufen ohne es bemerkt zu machen ja da 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 die Kinder was macht der Kinder keine Ahnung erlaubt bei der Hau um zu sehen ob irgendwelche Leute das wiederkehleß nicht mehr bei mir ja er ist sicher sein entscheidend sagt nicht ihr lasst mich bis 202 hier klar ich will dich ich kann es aber nicht versprechen dass es zeitlich schafft es der Klaments nicht dass ich es zeitlich schafft wirtschaften abweilen doch du schaffst es auch noch 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 ja auch in die Lauf Lauflauf ist drück 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 oh mein Gott auch das war eine Sekunde um ganz nicht mehr Prozent ich bin da wo du mich abgehangen hast ja ich bin nur da ich sehe dich ein 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 und ich bin super getan von und 8. james jetzt hat uns jeder gehört oder sterben ich stelle mich vor dich hin und dann krieg ich ein traf an stoppen noch mal eine chance weil ich ja tschüss wie zu rennen wohin okay ich soll einfach rennen obwohl es nichts zu rennen gibt dann folgt mir halt nein wir machen jetzt den gen let's go ja okay ist ja oben auf dem dach ja ne warte der killer kommt dieser dieser der killer wenn du wegrängst ich mach den gen weiter dann kommt gen weg wieso hat der jetzt nicht gesehen hä wieso hat der jetzt nur was habt ihr getan ich hab keinen kann man erklären warum er nur hat ja eben ich sag doch ich hab keins ich hab leider ja ja weiter 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 okay wir haben dann weiter 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 noch ein okay warte jetzt muss einer sterben und dann können wir raus oh scheiße ich hab den schlüssel hingeschmissen ich vollidiot hab den schlüssel weggeworfen nein ich bin so dumm ich weiß wo der schlüssel ist wahrscheinlich dort wo kommt zu mir hier ist der schlüssel ja hier ist ein verbandskasten dafür hier im haus oben oben im haus ist der verbandskasten verbandskasten ja ich nehme lieber den schlüssel und einer muss werden ja es wird wahrscheinlich so dass ich sein keine ahnung weil es immer ich bin hoch wie oft gibt es welcher braucht man zu sein ja ja äh der killer ist hinter dir bei aber cool ich war es nicht Die letzte Wunde war toll. Ich bin im Keller gestorben. Ich hol dich gleich. Ist der Keller noch bei dir? Äh, von was ich... Äh, Spine Chills an. Ja, 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 ich seh ihn. Ist das immer aus? I don't know, ob er noch da ist. Tina ist teilweise übersteuert, ja, ja. Wenn man sich schreit. Immer dann, wenn sie schreit. Ich schreie nicht. Doch, doch, du schreist manchmal ganz laut rein. Ja, dann stell mich gleich so. Nö. Doch. So, einmal Jen machen, let's go. Renn, 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 renn. Renn nicht zu mir. Ne, ne, eh nicht. Ich bin mit Ita. Nimm dich hier. Ach, come on. Ich mach den letzten Jen, ich mach den letzten Jen, ich mach den letzten Jen. Nein, der geht schon wieder auf mich. Oh mein Gott, der geht auf mich. Ich muss mich erst mal selber reinnehmen. Sie hat mich verloren. Perfekt. Schwende, wunderschönen guten Morgen. Oder Abend. Oder Mittag. Was auch immer. Guten Morgen. Guten Aua. Ach, wieso liegst du schon wieder, Connor? Nichts kann sie. Hey, warte, da bist du jetzt tot, ne? Ja. Och, wir sind aber, der Jen ist doch fast fertig, Connor. Also ich bin super entkommen gerade. Das war richtig geil. Ich schaff's aber, glaub nicht mehr. Let's go, suchen wir die Luke. Die Luke geht auf. In drei, zwei, eins. Wir müssen gehen. Let's go. Raus hier, raus, raus, raus. Ich hatte mich fast rausgerügelt. Raus, 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 bla, 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 bla. Hä? Dann stell mich jetzt rein, so. Mein Rechtsklick funktioniert nicht. Wieso funktioniert mein Rechtsklick nicht? Mit der Luke? Mein Rechtsklick funktioniert nicht. Ich kann meinen Lukeenskill nicht nehmen. Ich kann die Luke nicht suchen. Wenn du mich nicht unterstützt, ich schränke mich selber leid. Ich kann die Luke nicht suchen mit Rechtsklick. Oh. Hallo? Ist es jetzt vielleicht besser? Nein. Ja, ist doch okay. Aber ich kann die Luke nicht suchen. Hallo? Nee, ich muss die Leute suchen. Okay, warte, dann muss Isa jetzt die Luke suchen. Isa. 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 Oder wir machen einfach den Jen, der bei 50 oder 80 Prozent ist. Nee, das ist so. Oder so. Das geht auch. Also Leute, ihr müsst schon sagen, ob ich zu laut oder zu leise bin. Ich stelle das einfach an. Du bist in Ordnung. Du bist perfekt. Ruhe jetzt. Killer ist hier. Erika ist leer. Erika? Wie, deine Karte ist leer? Erika. Erika. Und den Jen habt ihr auch nicht gemacht. Ich stelle mich noch ein kurzer Mal, so. Nein, nein, du bist perfekt. Mach nicht, du zeugt dich nicht mehr. Ich hab dich schon auf 200 Prozent. Ich hab dich schon auf 200 Prozent gemacht, weil du so leise bist. Stream bin ich übersteuert. Nee, ist nicht die Luke. Ich war schon im letzten Stream übersteuert. Nein, nein. Ich schau immer in den Stream... Doch. Ich schau immer in den Streams nach, wie laut oder wie leise ich so bin. Ich find die Luke nicht. Und im letzten Stream, weil ich so richtig übersteuert. Ich find die Luke nicht. Das müssen sie mir schon sagen, ob ich übersteuert bin oder nicht. Der Jen ist hier getreten worden. Cool. Ich trete gerne. Das klingt bald. Wie da hat sie das gemacht? Sie ist... Ich brauche nicht noch ein weiteres Objekt. Mach doch endlich ein Jen, Leute! Chill. Wieso haben die kein Jen gemacht? Was macht denn der Random seit einer halben Stunde? Isar folgen. Hä? Warum? Warum? Warum macht dieser Random... Wir hätten die ganze Zeit schon ein Jen machen können. Random. Nein, wir hätten die ganze Zeit einen Jen machen können. Das heißt Random. Okay. Random. Random. Wieso macht ihr keinen Jen? Jen, Jen, Jen. Jen, Jen. Jen, Jen. Jen, Jen. Jen, Jen. Generator. Ich find die Luke nicht. Random. Ich weiß nicht, warum er will. Äh, das ist ja eine Random. Luke ist hier, oder? Das ist doch scheiße. Ich find die Luke einfach nirgends. Ich hätte in der ganzen Zeit jetzt auch den Jen machen können. Äh, okay. Ich will erst mal zu mir gebracht. Bafadadababa. Warte, jetzt muss ich die Luke hören. Achso. Scheiße. Au. Au, 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 au. Ich hol dich gleich. Hier ist die Luke. Scheiße. Darf ich euch beide holen? Warte, warte. Ich hab die Luke. Ich hab die Luke. Aber jetzt hab ich kein Leben mehr. Die Luke ist immer geradeaus. Warte, warte, warte. Ich muss mir den Weg merken. Warte, warte, warte. Bei ihr. Ja. Die Luke ist nicht mal offen. Isa, ich hab den Schlüssel. Ich kann noch die Luke aufmachen. Ich hab doch den Schlüssel in der Hand, Isa. Du hast den Schlüssel in der Hand. Ich hätte jetzt, ich hätte auch einfach rausgehen können. Aber ich wollte dich halt retten, Luke. Den Schlüssel zum Herzen. Äh, Isa. Okay, das... Ich hätt halt auch einfach gehen können. Aber ich wollte dich halt retten, Isa. Ich hätt jetzt mit den Schlüssel einfach gehen können. Naja, aber wenn ich zum Spaß so nett bin, dann weiter sie holen. Das zeigt Teamgeist. Teamgeist, der mich in den Tod. Ja, das passiert mir auch oft. Zu oft. Deswegen mach ich manche Sachen wie bei allen. Ich hätte mit den Schlüssel einfach gehen können. Egal. Aber ich wollte es versuchen. Ah, es war aber sehr schlecht von mir. Bei der Rendoom hat die ganze Zeit nichts gemacht. Und die Luke habe ich einfach zu spät gefunden. Das war's. Cool. Aber zu spät. Wie die Luke. Ähm, was nehme ich? Was nehme ich? Ich gehe da hin. Dann nehme ich das und das. Aber geht gerade nicht. Dann nehme ich das und das und das und das und bereit. Jetzt warte ich. Ich könnte dann, ich könnte in zwei Level Prestigen, aber mache ich noch nicht. Ich habe nämlich noch fünf Halloween-Koffer. Ich muss immer noch zwei, zweimal Dingsen hier, ne? Immer noch zweimal betäuben. Ich mach's auch, ja. Ich glaube, ich mache eine andere Mission. Ich mache die Mission, zwei Gents zu machen, während der Killer in meiner Nähe ist. Holy shit, das wird schwer. Ich komme gleich wieder. Ich bin nicht ganz besorgt. Was? Wo gehst du hin? Toilette. Okay, sie geht in die Toilette. Glaub mir, ich bin schnell. Okay. Ha, Shane ist halt nicht da. Puh. To- Oh, oh. Toda. Toda, ich habe dich aus Versehen gerade aus meiner Freundesliste gelöscht. Kannst du, äh, kannst du wieder meine Freundesanfrage annehmen? Aus Versehen gelöscht. Passiert. Passiert halt hin und wieder, ne? So. Und Ross Vietel, herzlich willkommen übrigens. Will einer noch mitspielen? Wir haben noch einen Platz frei. Live-Chat. Selbst wenn ihr jetzt von einer anderen Konsole da seid, wenn ihr von einer anderen Konsole spielt, einfach Connor oder Isabel Mio adden, die haben nämlich nicht den Bug, den ich habe. Ihr könnt also jetzt mitspielen. Sie ist durch, wenn wir da? Hast du dir die Hände gewaschen? Ja. Du hast aber nur 20 Sekunden weg und man soll sich 20 Sekunden die Hände gewaschen. 20 Sekunden. Toda, willst du mitspielen? Ich habe dich übrigens gelöscht in Twitch. Du musst, du musst meine Freundesanfrage wieder annehmen, Toda. Ich habe dich gelöscht. Warum löscht man Toda? Ich habe Doppelklick auf Toda gemacht und auf einmal waren wir keine Freunde mehr. Hä? Hau. Ich habe Doppelklick auf deinen Namen gemacht und auf einmal waren wir keine Freunde mehr. Ja, aber Hau kann das passieren. Ja, Doppelklick. Ja, aber warum Doppelklick man auf einen? Ich habe halt Doppelklick gemacht auf Toda. Aber warum macht man das? Ich wollte irgendwas machen. Oh, was ist das hier? Rechtsklick, ich kann einfach Bann. Rechtsklick auf seinen Namen und da steht Bann. Ja. Oder Purchen. Oder Delete. Hä? Warte, was? Man kann einzelne Nachrichten löschen. Ja, kann man. Das hat man schon früher können. Hä? Was ich weiß. Ist ja witzig. Hab ich noch nie gesehen. Ich dachte mal, man muss alles löschen. Nö. Also Purchen. Du kannst einzelne Nachrichten löschen. Du bist mal verwarnt. Nee, wenn man eine Sekunde Bann, dann wird alles gelöscht von der Person. Kann mein Bot das nicht. Weil du deinem Bot nicht so eingestellt wirst. Nee, das geht einfach nicht. Die Funktionalität gibt es nicht. Delete. Hm. Get your... Event. Und... Survivor. Survivor vor allem. Survivor. Message. Das wäre nicht. Wie hieß ich, sag best unterstützen. Get message. Delete. Es gibt kein Delete. Ob. Permission. Warum ist mein Ingang so laut? Set. Anbahn. Timeout. Service Moderator. Moderator. Delete. Channel. Target Message ID. Es gibt eine Delete-Funktion. Let's go. Wird bald implementiert. Dann löscht der Bot nicht mehr alles. Also der löscht dann nur noch die Nachrichten. Cool. Kann ich eigentlich Brownie-Bahn? Brownie? Keine Brownie-Bahn? Brownie geht nicht. Das wär's. Delete Message. Delete Message. Command. Und was ich weiß, kannst du es einer nachher... Target Message ID und String Channel, verstehe ich nicht. String Channel? Ah, Channel, Target Message ID. Hallo? Okay, die BD hat sich nicht mehr geöffnet. Ich denke, andauernd erst ist Donnerstag. Ich denke es einfach die ganze Zeit. Event ID? So, ich könnte das hier probieren. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Das ist die... Och, Mann. Das ist Killer... Äh... Sidenap. Killer Sided Map. Geh mal wieder von der Map Barber. Ich spreche schon wie... Wie ein Profi, oder? Toder? Killer Sided Map. Es ist einfach normales Englisch, lol. Ups. Wollt nicht loslassen. Ich hab halt vom... Vom Meister persönlich gelernt. Hab ich mir gemerkt. Hast du die Videos schon angeschaut? Alle? Ich hab mir Tode angeschaut. Das ist viel besser. Als Videos. Mann. Ich hab die ganze Zeit Herzklopfen. Ich... Nö. Hä, ist der AfKa, oder was? Ist der Typ AfKa? Kann sein. Sorry. Ja, AfKa. Okay, let's go. Ballern wir. Ballern durch. Ruhe. Ballert den Jen durch. Ey, wenn ihr jetzt keinen Jen macht, dann rast ich aus. Wenn mein Jen fertig ist, müsste euer Jen auch... fertig sein. Ganz ehrlich. Ich weiß grad nicht, wer das bei mir ist. Ihr habt mir DVD auch mal noch mal geladen. Schwende, du kannst gerne mitspielen. Du kannst gerne mitspielen. Du musst Connor oder Isabel Mio adden. Äh, mich kann man aktuell nicht adden. Mein Account ist kaputt. Das fixen die irgendwann in vier Monaten oder so. Vielleicht auch nächstes Jahr erst mal. Ich hab's schon support angeschrieben. Die haben gesagt, Problem ist bekannt. Aber wir machen erst mal Urlaub. Wir machen erst mal Urlaub. Mein Speinschild und... Bam! Ich glaub, der ist wirklich AfKa. Ja, ja, der ist AfKa. Und dann kommt am Ende raus, dass er doch nicht AfKa ist. Ja, und tötet uns. Ja, ja. Ja, so wie bei mir, Toe oder... Oh, bei mir und Toe, oder? Ja, dann hört auf. Mach's nicht. Wo ist er? Wo ist er überhaupt? Wo steht er? Ach, hier. Keine Ahnung. Geht's wahrscheinlich irgendwo irgendwo. Jetzt suchst du den natürlich um Blut. Nein, 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 nein. Ich mach nix, Kappa. Ja, 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 ja. Das sagen wir alle. Und dann sterben sie. Ich brauch's. Ich brauch' einen Zweier-Pip. Ganz ehrlich. Wir machen einen Zweier-Pip. Oder Toda, machen wir einen Zweier-Pip? Geht das? Macht man das so? Nee, ne? Kriegen wir überhaupt einen Zweier-Pip hin? Oder nur einen maximalen Einer-Pip? Oh, lehle. Okay, du stehst hier und machst nichts. Ich seh's doch. Ich hab grad vorhin einen Gen gemacht. Jo, ja, ein Gen nur. Zwei. Zwei Gen. Einzigen, zwei Gen. Zwei Gen. Zwei Gen. Zwei Gen. Zwei Gen. Zwei Gen. Wenn niemand gehoopt wird, kriegt man keinen. Dann halt nur Einer-Pip. Warte, Einer-Pip bekommt. Wo kommt man, wenn ich alle Totems oder alle Gents mach, oder? Soll ich... ...kuck, dass ich nicht sneaken kann. Hö. Ich hab' ich aufs Capstruck draufbekommen. Geht nicht. Höh. Toda, machst du gleich mit? Oh, da. Oh, Schwenn hat heut' Schild bekommen. Aber du musst das DLC noch kaufen, Schwenn. Warum... ...drei Gen sind einfach gekommen. Mein Spiel ärzt mich so sehr. Ich kann nicht... ...ihr. Okay, ah, hier hat's ein bisschen. Ja, das ist ja. Hat er sich bewegt? Nee, nee. Not in my knowledge. Wo war der Ausgang? Äh, bist das du? Der Stream geht bei mir nicht. Warum nicht? Ja, das bist du. Hi. Gewonnen. Kevin Arthur, herzlich willkommen. Neu, waren da grad Schlüssel? Schlüssel? Oh, neu. Schlüssel? Was? Was willst du das nicht denn schießen? Oh, ich hab's geschafft! Toda, so macht man das. So, nicht anders. So! Keine Ahnung. Neu. Zwei Gens in der Nähe des Killers gemacht. Easy. Okay. Free Gen. Free Winn. Free Gen. Danke. Was, bist du tot? Ich hab grad nen Schlüssel bekommen. Woher? Danke. Isa schenkt... Isa schenkt ihren Schlüssel und sie geht jetzt auf, oder? Nein. Besser ist. Warum hast du mir nen Schlüssel gegeben, Isa? Free, äh... Free Mission, Toda. Free Mission. Ist das hier eigentlich immer noch verbuggt, Toda? 20.000 Blutpunkte in Ziele. Ist das immer noch verbuggt? Ja, ne? Ja, ne? Jetzt kann ich ne... Dbd mag ich mich wirklich sehr. Kannst du machen. Okay, let's go, wir machen's. Dbd mag ich mich wirklich sehr. Wir gehen rein. Toda machst du mehr. Wir gehen raus. Oh, 25 Cent grad beschenkt bekommen. Toda, 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 Toda. Toda? Toda, Toda. Achso, du bist durch, ne? Du bist fertig mit der Welt. Oh, guck mal, ich hab mir Rabe. Wie schön. Man sieht den gar nicht, weil er schwarz ist. Aber schön. Nee, nicht den Schuss auswählen. Nein, 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 nein. So, ich hab bereit gedrückt. Ja, wir müssen noch auf dieser warten. Man sieht den gar nicht, weil er schwarz ist. Ich geh jetzt auch auf Toilette. Tschüss. Bye. Bereit drücken. Oh, deswegen dieser. Ist aber nett von dir, danke. Ich muss mein Dings auch mal prestigen. Mal, mein Mikro ist im Weg. Alter, wie geil. Ah, wie geil ist das denn? Live-Chat. So, wir sagen, ich bin 20 Sekunden weg und selber 20 Sekunden weg sein. Ich war nicht 20 Sekunden weg. Außerdem hab ich mir, während ich gepullert hab, mir die Hände schon gewaschen. Zeitersparnis hoch null. What the fuck. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich war vorhin, nachdem ich Feierabend gemacht hab, baden. Richtig geil. Cool. Und das war noch nicht alles. Ich habe mein Bett frisch bezogen. Und es gibt nichts Geileres. Ah, ja. Als irgendwie frisch gebadet ins frisch bezogene Bett zu gehen. Baden ist schon geil. Aber, ja, aber Isa. Und dann in ein frisch bezogenes Bett rein. Wow. Wow. Das ist einfach Mindblow. Das ist superschön. Das mach ich morgen. So, und ab November heißt es wieder einen ganzen Monat allein zu Hause leben. Ohne einen Menschen zu sehen. Scheiße. So, das nicht immer. Ja, aber jetzt wird nochmal, äh, also Angela Merkel hat jetzt verordnet für Montag, Lockdown. Däm, bei uns wird es kein Lockdown. Ab Montag sind alle Hotels in Deutschland zu. Alle Restaurants sind zu. Alle Kinos sind zu. Alle Theaters sind zu. Ab Montag. Ach so, bei uns ist es so wirklich... Und dann den ganzen Monat. Die wollen für den ganzen November alles zumachen. Und jeder soll von zu Hause aus arbeiten. Das ist mies. Bei uns darf kein Lockdown. Isa, du bist nicht seit April allein zu Hause. Soll ich sagen, warum? Du siehst jeden Tag deine Eltern. Du siehst ständig... Vanessa? Vanessa, ja. Und, äh, du könntest ja theoretisch ständig verhältst. Der vorallt ja besuchen können. Wie alles. Äh, Hospital. Nicht alles, sondern... Hotels, Restaurants, Kino und Theater sind zu. Aber ich weiß, was sie mit allein machen. Für den kompletten November. Das heißt, wenn du reisen möchtest, musst du es... Freitag, Samstag, Sonntag noch machen. Das finde ich eine gute Maßnahme, wegen Ansteckrisiko. Ja, durchaus. Aber blöd. Aber blöd. Also... Es ist gut, aber blöd. Meine Eltern will... Was will ich nicht immer um mich haben? Das finde ich eine gute Maßnahme. Ach so, habe ich schon gelesen. Mein Freund wohnt weit weg. Vanessa besuche ich nicht jeden Tag. Aber... Hey, Isa, was soll ich sagen? Ich habe... Seit April... Nein, seit März... Keinen Menschen mehr getroffen, außer jetzt eine Person. Ja, und... Ein paar Arbeitskollegen hin und wieder auf Arbeit kursen. Ansonsten habe ich nur eine einzige Person getroffen. In sechs Monaten. Die wäre... Tja, Geheimnis. Hm, hm, hm. Da liegt es in der Luft. Wo? Bei dir? Hast du gefurrt? Nein. Gut. Nein! Ich meine bei dir. Nee, bei mir ist alles sauber. Duftet. Du verstehst mich. Oh. Ach so, nee, ich habe ja schon... Der Killer ist schon wieder auf K. Let's go. Wir machen nochmal die gleiche Runde und dann bin ich Rang 6, Kappa. Oh, ich bin Rang 7. Oh, ich bin Rang 17. Ich will in den Arm genommen werden. Nein, Isa. Ich auch. Gruppenkuschel. Von einer bestimmten Person. Mori? Was? Der Killer ist auf Count. Hat Mori drin? Oh nein. Nein, doch kein Mori. Pudding. Okay, er will farmen. Vielleicht, oder? Ist das ein Bot? Toda, was sagen sie? Oh ja, jetzt habe ich wieder Bock auf Kofi. Was? Auf was? D-O-D-B-D? Nein, Ursu. Kannst dir Donnerstag ja kein Döner kaufen. Doch, morgen geht noch. Dönerstag. Dann bestell der Essen to go. Essen to go wird wahrscheinlich noch weiterhin funktionieren. Essen to go wird wahrscheinlich weiterhin noch funktionieren. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, sonst bestell ich sie einfach. Ja, bestellen wird halt auch funktionieren. Und Essen to go halt auch. Ja, halt, du, der legt halt dir das Essen vor die Tür. Du darfst halt nicht mehr im Restaurant essen gehen. Das haben sie halt jetzt wieder gesperrt. Ja. Corona sagt hallo. Und wahrscheinlich werde ich jetzt auch wieder auf Kurzarbeit runtergestuft. Weiß ich nicht. Das würde halt bedeuten, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, ohne eine Woche Urlaub zu machen. Total bescheuert. Also, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, obwohl alle anderen auch eine Woche Urlaub haben. Aber Moment, nein, das ist gut. Dann bekomme ich nämlich das volle Geld ausgezahlt. Wenn ich Urlaub mache, bekomme ich das ganze Geld ausgezahlt. Wenn ich Kurzarbeit bin, kriege ich für die Zeit, wo ich nicht arbeite, kein Geld. Mami, ich bin verflügt. Ich will nicht mehr. Was, was, was? Was ist das? Was macht ihr? Wieso rennt ihr weg? Okay. Ich mache einen Gen. Okay, Isa wird attackiert. Nee, Isa wird nicht attackiert, sondern the real NS Kazudov. Ich komme zu dir. Nicht erschrecken. Ich bin's. Ich bin kein Killer. Ja, ich weiß. Gut so. Okay, meine Kamera nach hinten. Meine Freundin hat die Arschkarte gezogen. Sie macht eine Ausbildung zur Kellnerin im Restaurant. Und weil ja die Restaurants geschlossen werden, muss sie ein Homeoffice machen. Hä? Wie will denn eine... Wie will denn jemand, der eine Ausbildung... Wer will denn jemand im Restaurant Homeoffice machen? Verstehe ich nicht. Was, hat sie dich gemisst? Man, hat sie keine Ahnung einfach zu Hause. Hat sie mich wieder gemisst? Hat sie dich getragen oder was? Trägt sie dich? Nee. Wieso haben wir null Gents? Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Fuck. Oh, da kommt jemand. Hallo. Wer ist das? Ist das Isa? Isa, wo ist denn deine... Oh, come on. Wo ist denn deine... Dein... Dein Glücks... Cha. Wo ist denn dein Glücks-Cha hin? Ja. Sie hat die ganze Zeit... Eine gespielt, die ihr Glück bringt. Und hat immer verloren. Äh, wie heißt sie nochmal? Die... Schwarzhaarige? Ich weiß. Keine Ahnung. Der Killer ist noch bei mir. Besser ist. Oha. Wir haben immer noch alle Gents. Jetzt muss er weg. Wir müssen immer noch alle Gents machen. Keine Zeit. Ja, wir hatten ja vorhin einen Gen, den wir so 70, 80 Prozent hatten. Der ist wieder bei null. Ja. Ja. Ist halt so. Ja. So ist Leben. Äh, der Random ist genau neben dir und der holt dich nicht. Wir sind auf der anderen Seite der Map. Cool. Will er kommen. Er holt mich wahrscheinlich, wenn ich fast dann Phase 2 bin. Niemand holt dich, du wirst Phase 2 kommen. Ja, jetzt holt er halt. Jetzt holt er dich. Wahrscheinlich war er den Gen fast, dass ich hab was. Wie es aussieht, äh, ist ja voll gut. Er schafft es sogar noch. Ich mach deinen Gen weiter. Der ist jetzt bei 60. Der wurde getreten. Ja, klar wurde er getreten. Wie wär ich sonst weggerannt und dann, äh... Aber es sieht gut aus. Wir machen den Gen, den anderen Gen. Der ist auch schon bei 60 Prozent. Das gilt ab Montag, Ross Vita. Du kannst bis Montag jetzt noch machen, was du willst. Also du kannst jetzt bis Montag noch schön ins Kino gehen. Du kannst noch schön essen gehen und wieder zu Hause. Cool, bis trotzdem hab ich Ferien. Und ab Montag... Ich hab ab Montag Urlaub. Ab Montag ist alles dicht. Und ich sitz dann zu Hause und denk immer so, wow. Und meine Arbeitskollegen, die keinen Urlaub haben, sitzen auch zu Hause und denken so, wow. Also positiv wow und ich negativ wow. Oh, der Punkt. Ja, der ist fast fertig. Let's go, zieh durch. Mein Game hängt. Okay, dein Game hängt. Das ist halt no joke. Ähm, Ross Vita, das gilt ab Montag und für den kompletten November. Das gilt für den kompletten November. Gehst du, Isa, holen? Ja, ich verstehe. Warte, hab ich ne Mission ausgewählt? Ich hab keine Mission ausgewählt. Doch, ich hab ne Mission ausgewählt. Ich hab keine Mission ausgewählt. Okay, okay, jetzt will ich nur bei mir. Dann geh ich Samstag mongolisch essen. Ja, mach das. Nein. Schick uns Fotos. Irgendwie. Schick uns irgendwie Fotos. Sickert, Gott. Alter, Gott, das will ich dir ein Ehren. Oh, ey, wieso liegst du jetzt auf dem Boden? Du springst uns grad um, oder? Nein! Ich rede dich selber um. Ach nee, die haben schon wieder einen neuen Channel erstellt. Ich muss den News machen. Komm mit ins Haus. Nein, renn weg, der Killer kommt. Nein, komm ins... Ja, gut. Ah, Mann, renn weg, renn weg, renn weg. Ja, ich... Im Haus ist ein Jen bei 60%, aber der ist verloren. Ich kann mich ja nochmal heilen. Oh, hi. Oder ihr macht den wieder weiter. Möchtest du sie mich heilen? Nö. Guck mal, wie schnell ich heilen kann. Cool. Cool, oder? Also richtig cool. Hab ich ja gesagt. Der Jen hier bringt sogar mehr Blutpunkte, als der andere, der schon bei 70 ist. Cool. Weil der Kürbis hat. Das ist ein Spezial... Alle Jens mit Kürbis kriegen mehr Blutpunkte. Cool, dass ich das jetzt weiß. Okay, wusstest du nicht. Tut mir leid, dass ich seit drei Monaten keinen Degelbüller gespielt habe. Samstag, Samstag, Sonntag und Montag. Und Freitag gibt's doppelte Blutpunkte. Samstag bin ich nicht da. Wo bist denn du da? Ich bin nicht daheim. Wo bist denn du da? Ich bin nicht daheim. Und wo bist du? Ich bin nicht daheim. Okay, du hast einen Freund. Nein. Okay, du hast einen Freund. Wenn ich nur einen Freund hätte, dann wäre das so, dass du in der Fernbeziehung... Warum? Weil ich introvertiert bin und... Introvertiert? Aber, ja, aber in Fernbeziehung, was? Hä? So, äh, nur, nur, nur schreiben, nicht, nicht, nicht sehen, oder? Nein, ich wüsse halt dann einfach, wie ich das mit Bibi halt nachmachen. Aber irgendwann müsst ihr euch ja trotzdem mal selbst treffen, oder? Ja, klar. Und dann? Seid ihr euch fremd, weil ihr euch noch nie getroffen habt? Ja, wow, ich hab Bibi auch nie... Selda, Focka, herzlich willkommen. ...in Degang getroffen. Habt ihr den Ausgang schon aufgemacht? Nee, ich bin dran bei einer... Isa, hinter dir ist eine Kiste, da kannst du dich heilen. Achso, du bist ja schon voll, Leve. Was, ich, ja. Okay, sie... Sie ist bei mir. Ich bin tot. Ich hab nen Ausgang auf... ... fast... ... 100%. Gut. Magst du den anderen holen? Und dann zum Ausgang gehen? Das ist gut. Wenn, wenn, wenn da Killer nicht kommt. Kann sein, dass der Killer... Ja, okay, okay. Der Killer ist bei Isa. Ja. So, und ich kann mich jetzt nicht vollheilen, weil ich dich vorhin geheilt hab mit meinen Kisten... ...Kisten-Skill. Renn, 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 renn. Renn doch! Mein... Mein... Ich hab's gerade so geschafft, Alter. Ey, Sala. Mach Ausgang auf! Oh Gott, der Killer kommt. Warte, wo war der Ausgang? Ich hab den Ausgangsverfahren. Cool. Wait. Hier drüben. Und hier dann, ja. Moin. Moinsen! Hier ist ne Karte, nimm die Karte! Besser ist. Und jetzt raus. Hoch! Cool. Wakatsu, herzlich willkommen! Wollen Sie mitspielen, Wakatsu? Wann ist er? Äh, Flix Train. Okay, ich geb's wirklich auf. Ich hab's probiert. Kennt ihr den YouTuber Tom Harry? Für ihn sollte ich ein Bot für sein Game Dinoscape machen. Wie? Ein Bot für sein Game Dinoscape. Zu was? Hä? Wovon redest du? Bitte schon, Tina. Okay, Isa, gib dir einfach jetzt jede Runde Items, weil sie prestigen will. Ja? Let's go. Noch hundertmal. Wo ist mein Discord? Ich bin so fett am Leben. Den Server. Hä, wieso Discord? Das passt, das, das passiert alles auf Twitch. Nein. Doch? Auf Twitch. Scheiße. Welcher Server ist das? Twitch. Braunie Yt. Braunie Yt. Ja, das schon. Aber... Ähm... Du, 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 du. Hä? Ein Discord-Server-Bot, der auf seinem Spiel Dinoscape steht? Wenn der ein Spiel hat, dann kann er doch auf dem Bot programmieren. Wenn er selbst schon ein Spiel programmiert hat. Welcher Server ist das? Was? Braunie Yt. Warte mal, ich, ich mach mal jetzt, ich teste mal jetzt was. Bin ich? Ja, okay, stimmt. Aber... Oh, ich muss bis, äh... Ich starte mal kurz den Bot neu. Ach so! Ja, so, ja, ach. Jetzt weiß ich, welcher Server das ist. Hä? Woher weißt du das? Was? Was? Nee, ich hab grad, ähm, weil ich auf verschiedenen Servern bin und, ähm, die haben dort, äh, halt einen neuen Channel gemacht und ich hab jetzt die ganze Zeit Benachrichtigung, Benachrichtigungen bekommen. Ach so! Ja. Und jetzt hab ich den Server rausduchen müssen, weil drei davon ziemlich gleich sind. Dann alle rausgehen. Braunie Yt ist der beste Server. Der, der Server heißt doch Brownie. Ach so, ja, Braunie ist der beste Server. Findest du nicht? Ich geh da mal schlafen, viel Spaß, euch Wack hat schon viel Spaß. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß mit, äh, Animal Crossing. Ich will auch mal wieder Animal Crossing spielen. Ich mein, es ist ein guter Server. Nicht, dass es einen besseren gibt, den ich halt wirklich hab. Oh, ist also der beste Server, den du hast. Ja, das ist schön. Danke dir. Ja, neben dem Server, also das ist der einzige gute Community-Server. Der hier, ja. Und dann hab ich noch einen anderen Server halt mit Freunden. Aber der hier ist, äh, hier sind auch viele Freunde. Du könntest ja deine anderen Freunde auch hierher holen und dann ist es der beste Server. Ich glaub nicht, dass die da das machen. Doch. Wenn, dann werden die schnell gebannt. Nein, nein, wieso sind die so scheiße? Doch, in einem Augenzwinkern sind die weg. Glaub's mir. Isa, jetzt schreib mal was verboten ist, damit du, ähm, vom Bot verwarnt wirst. Ich will mal gucken. Darf ich das machen? Ja, dann mach du. Cool. Was soll ich schreiben? Keine Ahnung, irgendwas auf der Blacklist. Mein Server? Was ist dein Server, Isa? Ist nicht dein Server. Funktioniert. Hä? Wieso hast du mir jetzt eine Verwarnung bekommen? Ach, ich bin aber auch dumm. Warte mal ganz kurz. Der Neustart hat gar nichts gebracht, weil ich muss den Code erstmal abschicken. Gut. Da hab ich umsonst jetzt eine Verwarnung. Du hast deine Verwarnung jetzt komplett umsonst bekommen. Ja, cool. Aber immerhin, im Leben gibt's nichts umsonst. Du hast was bekommen umsonst. Das Ding ist, ich hab schon, keine Ahnung, drei, vier Verwarnungen. Nein, nein, deine erste steht ja da. Eins von drei. Ja, ich weiß. Wart so. Ja, eins von drei. Nach sieben Tagen werden die gelöscht. Also du hast jetzt in Teil nichts mehr machen. Ich weiß. Sie hat ein böses Wort geschrieben. Ja, warum kannst du eigentlich mit 13 so böse Wörter in den Mund nehmen? 13? Ja, okay, 12. Ich bin älter als 13. Okay, 14. Älter als 14. Okay, 15. Das ist richtig. Du siehst du. Wau, ich weiß noch einmal nicht, wie alt ich bin. Das ist traurig. Aber im Kopf 13. Im Kopf 100. 100, alles klar. Ich hab Kappa gesagt. Tina Weise. Tatsächlich sind Kinder mit ADHS und ADHS nicht so dumm. Kann jetzt jemand nochmal ein böses Wort schreiben? Ich bin gerne nochmal das Opfer des Bots. Einer reicht. Schreibt mal einer ein böses Wort. Was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht was. Gut, Isa. Ja, ihr könnt aufhören jetzt. Was? Ähm? Ihr könnt aufhören. Hört auf jetzt. Die Leute mögen es, verwahrt zu werden. Ich möchte nicht wissen, wie der Mod-Chat jetzt aussieht. Mit den ganzen Verwarnungen. Und da müssen jetzt selbst so sieben drin stehen. Okay, ich sag sieben, obwohl es drei oder vier waren. Hat wohl nicht funktioniert, oder? Nee. Hä? Hallo? 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 Ich dachte gerade schon, das kurz hat schon wieder den Hänger. Get Message ID, Optional ID, verstehe ich nicht. Event.get Message. To String, hä? Geht nicht, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall ist der Wort jetzt kaputt. Ja, 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 ja. Oh, wir müssen eine zurücklassen. Hä, warum? Weil wir drei Passen haben, am Ende. Habe ich... achso. Ach, jetzt habe ich kein Dings mit, ne? Kein? Keine... äh, keine Opfergabe. Wer knallt hier? Der war das? Aha, die Person, die jetzt wegrennt. Okay. Achso, nee. Isa? Das war Isa. Hä? Es haben ja nur drei im Gym Platz. Ja, und die hat geknallt. Isa ist überhaupt gar nicht hier, die schon die ganze Zeit rennt. Achso, Isa. Gut, Isa. Sie rennt die ganze Zeit hinten rum. Okay, Isa rennt nur rum und macht keinen Gen. So sieht's aus. Ja, kann sein, ob das der Ketter hinterher ist. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ich mach den nächsten Gen. Nee, bei Nevercraft, Beinschill dann. Oh, oh. Bin ich eigentlich die Einzige, die noch zu Beinschill nötig? Ich hab Herzpochen, ja. Beinschill ist gut für den Anfang. Das Beinschill ist gut für den Anfang. Nee, ist gut. Nee, stimmt, stimmt. Aber irgendwann brauchst du kein Speinschill mehr. Dann achtest du einfach nur noch auf Herzpochen und guckst dich um mit der Kamera. Dann brauchst du kein Speinschill mehr. Das werd ich nie. Das werd ich nie, glaub mir. Deswegen, ja, da benutzt einfach Speinschill. Dann ist auch okay. Da musst du nämlich nicht die ganze Zeit die Kamera drehen und so. Aber ich hab dadurch einen Slot frei und hab was anderes mit. Schneller laufen. Leute runterholen. DS. Ich mein, ich könnte halt schon ohne Spiel. Komm's halt drauf an. Let's go. Oh Gott, hier wird einer abgeknallt gleich. Ja, ich weiß. Und die Person, die abgeknallt wird, die loopt die ganze Zeit den Gen, dass ich an den Gen nicht rankomme. Isa, ich würd gern den Gen machen. Ich hab keinen Bock, dass das der letzte Gen ist, mitten auf der Map. Ähm, ich mach grad auf einen, auf der anderen. Aber Isa, mach weiter, ist gut. Du machst alles richtig. Isa, 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 Isa. Ich brauch einen Trikot umher bei Pokémon Hilfe. Wie, du brauchst ein Trikot? Das war ein Trikot. Ich hab echt verlernt, wie mein BBD spielt. Achso, einfach ne Zahl. Gib einfach ne Zahl ein. Okay, Isa hängt zum ersten Mal und wir haben gleich alle Gens. Okay, der Random macht einfach Totem. Ja, ich mach nen Gen. Oh. Der Random. Oh, nee. Komm her, Random me. Random. Scheiße. Warte mal, er lässt sich liegen, Isa, oder? Halt dich mal voll. Geh mal, ist der Killer bei dir, oder? Äh, er ist bei mir irgendwo in der Nähe. Ansonsten? Ja, okay, der Killer, äh, der Isa wird hochkogen. Warte, bei mir ist ein Leuchten mit Drücken. Ja, oder mach das. Ja, ja, mach ich, Isa. Ich glaub, er kommt nicht. Scheiße, 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 ich glaub, ich hab das nicht. Hab jetzt 0,0. Ja, 0,0 ist auch ne geile Zahl. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hab's. Kommt, er? Nein, hol Isa, hol Isa, hol Isa. Nee, ich kann sie nicht holen, sie wird gecampt. Hä? Wie, sie wird gecampt? Ja, von Kiddern. Oh, Kiddern. Was ist hier? Ja, er kennt sie, ich kann sie da nicht. Ja, dann mach'n, Jen. Mach'n, Jen. Ja, ich kann grad nicht weglaufen, der wird nicht sehen. Doch, geh doch einfach hinter dir. Der Killer kommt außerdem zu mir. Hol' Isa, hol' Isa, hol' Isa jetzt. Isa hol' ihn. Ja, 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 ja. Ich mach' ihn. Ja, okay, ich bin dran. Er kommt, er kommt, er kommt zu dir. Er kommt zu euch. Ja, ja, ich bin dran. Ja. Ran, 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 ran. Ich bleib hinter dir, dann... Ich lag im Fenster, da hat er mich nicht bekommen, lol. Er muss halt auf den Boden gucken. Ja, okay, geht auf mich, das ist gut. Äh, nee, das ist überhaupt nicht gut. Doch, dann wird Isa nicht nochmal aufgehangen. Hast du kein, äh, BT? Aua. Die Hand mit der Uhr? Ja, hab' ich. Doch, hab' ich. Dann ist Isa eh safe gewesen. Tazan. Tazan. Tazan? Soll' zu euch gehen. Ich bin gerne das Opfer. Och, Mann. Isa kommt und knallt den Jen. Der wär' jetzt fertig. Das bin wohl ich, Isa. Isa ist doch gut und krass. Jetzt ohne Ironie. Da und da. Hi, Killer. Er geht zu dir. Ja, ich weiß. Er kämpft jetzt. Er kämpft jetzt. Er kämpft jetzt, lol. Ja, dann lassen wir ihn doch. Macht Spaß. Lassen wir ihn. Lassen wir ihn. Ja, ja. Macht, wo ich die Ausgänge schon mal auf 99. Wir haben Zeit. Ja, den hier werdet ihr eher weniger auf 99 bringen. Warte, welchen? Bei dir ist ein Ausgang? Ja. Ja. Direkt neben mir. Mach' mal. Oh, schade. Der Killer ist schlecht. Ich richte aber dann durchlaufen. Es bringt dem Killer halt nichts, ne? Einzumachen. Einzucampen und einzutöten. Es bringt ihm nichts. Sag mir, du hast WP. Au, hat er nicht. Cool. War das der Random? Ja. Oder war das Isa? Nein, es war der Random. Halt dich voll. Und dann krabbelst du im Ausgang. Ja, mach' ich. Ich mach' mich gerade full. Full, full. Bist du voll? Nein, ich bin bei der Hälfte. Krabbel, wenn du voll bist. Ich mach' grad' den Ausgang vor dir. Ausgang ist bei 99%. Ja, ich weiß eh welchen. Welchen? Jetzt holen wir dich. Ich bin fast voll. Ich bin voll. Nice. Warte, warum hab' ich nicht? Raus, 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 raus. Ja, ja, ja. Ich kann grad' den Krabbel easy. Es sind alle entkommen. Easy. Wir heilen dich noch voll, oder? Ich könnte... Isa, mach' mich... ...ein. Ja. Okay, sie hat einfach noch einen Schlüssel. Den nehm' ich, Papa. Ist das ein roter Schlüssel oder ein grüner? Oha, willst du meins haben? Meine Kiste... Meine ist besser. Meine ist die Event-Kiste. Die beste Kiste, die es gibt. Let's go. Vielleicht geh' ich... Äh, ich such' die Luke. Tschüss. Ja, okay. Tschüss. Oder soll ich doch nicht... Ich sag' nur, viel Glück, wenn du's machst. Sonst hätt' ich noch ein bisschen am Ausgang gewartet. Dass du sie gefunden hättest. Okay, ich sollte vielleicht... Ich sollte gehen. Scheiße, ich sterbe, Kappa. Okay, ich geh' lieber. Mach das. Weil der wollte mich jetzt umbringen. Geh' ich einfach. Mit dem Ort... Oh, ich bin rein. Ich bin raus, ich bin raus, Isa. Alles gut. Ich wollte eigentlich vor zwei Stunden ausmachen, aber es macht jetzt wieder Spaß. Oh, weil ich dabei bin, Kappa. Mit Freunden macht das Spiel einfach viel mehr Spaß, als alleine zu spielen. Oh, ich bin freund. Ich hab' die letzten zwei Wochen nur noch alleine spielen müssen. Oh, ich bin freund. Natürlich, ihr seid alle Freunde. Oh, ich kann jetzt Postigen auf Stufe 3. Cool. Mach' ich aber nicht. Das ist mein Level. Mach' ich aber nicht. Schade. Ich mach' erstmal den Schlüssel. Oh. Jetzt go' bereit drücken und dann gehen wir rein. Ich nehm' den Schlüssel mit. Cool. Mach' was. Und Isa auch. Let's go. Das kann ja nur was Gutes werden. Das kann ja nur was Gutes werden, Kappa. Boah, Isa ist einfach schon Stufe 11. Was ist denn hier los? Ich bin... äh... Stu... Rang... Rang... Rangesichtung. Aber lila Schlüssel? Hä? Lila Schlüssel reicht doch auch, oder nicht? Boah. Lila Schlüssel reicht auch, live chat. Wenn ich jetzt selber in den Stream gehe als Zuschauer, kriege ich dann einen Zuschauer mehr. Ja. Warum ist das Bild so dunkel? Das ist immer so. Im Stream ist es immer so oder ist es nur jetzt seit Neues, seitdem ich was umgestellt habe? Nee, das ist schon immer so. Das ist viel dunkler als das Originalbild, was ich hier habe. Das ist normal, kann man das nicht sagen. We're going on a trip. Da 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 da. Ich hab's mir viel Spaß. Da 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 da. Obst du mal ein String? Ich versteh's nicht. Ich hab keine Besitzpunkte mehr. Ja. Sohbe. Okay, jetzt ist schon wieder öffnen. Zack. 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 Ich hab jetzt einfach direkt den Bot gebaut hier. Bam. Jetzt hab ich wieder öffnen Schuhe. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt ab Freitag wieder Urlaub. Eine Woche. Und scheinbar werd ich einfach mich mit niemandem treffen dürfen. Nichts. Gar nichts. Ich bin im Krankenhaus gewesen und auch keiner hat zu mir dürfen. Ich überleg halt echt, ob ich jetzt am Freitag einfach nochmal irgendwie letzte Chance nutze. Kannst du machen. Also ich würd's machen auf jeden Fall. Bevor ich in komplette Verzweifung gerats, also wie ich mich kenn. Aktien gehen jetzt auch alle runter, wa? Hä? Ich hab schon wieder einen Druckerfahrt. Durch den Lockdown. Mit welcher Sprache hast du ein Boxprogramm? Ja, ich hab immer. Äh, ich hab mit Java programmiert, aber es liegt nicht daran, dass Java geiler ist oder so, sondern einfach, weil ich Java damals in der Uni gelernt habe. Aber auf welcher Sprache? Ich hab halt einfach Python. Ich hab halt damals Java gelernt. Und ich auch nicht. Ich hab auch jemanden, der mal... Kann jemand noch mal ein böses Wort schreiben? Mhm. Wie er wollte programmieren. Und was ist geworden? Schreib mal jemand noch ein böses... Okay. Er hat nach drei Tagen auch gehört. In drei Tagen lernt man nicht programmieren. Das ist halt wie eine Sprache lernen. Ja, das schon. Aber er hat halt einfach keinen Bock mehr gehabt nach drei Tagen. Sauber. Funktioniert FlixTrain. Jetzt werden nicht mehr alle Nachrichten gelöscht, sondern nur noch die Nachricht, die der Bot auch löschen soll. Bam! Und wieder einen Schritt weiter in die richtige Richtung. Einen Schritt für die Zukunft. Nee, weil vorher war es halt so, dass der Bot halt immer alles gelöscht hat. Oh. Und Mods haben dadurch immer, ähm... Wurde Mod entzogen. Oh. Dadurch. Weil ich sie immer getime-out hab. Eine Sekunde. Und das passiert jetzt nicht mehr, Isa. Wenn du jetzt ein böses Wort schreibst, wird dir nicht mehr Mod weggenommen. Warte, dann hätten wir die ganze Zeit... ...Mod weggenommen. Ähm... ...hätten tun können, als ich Mod war. Richtig. Guck mal, wenn man jemanden muted, wird ihm Mod weggenommen. Warum wusstest du nicht? Also wenn ein Mod... ...einen anderen Mod muted, wird ihm auch Mod weggenommen. Damn, das ist cool. Total cool. Bei mir steht das Mod noch. Wie bei dir... Hä? Wie bei dir steht... Nee, das ist normal, wenn, äh... ...deine Nachricht gelöscht wird, äh... ...und dann schrieb die zum Teil noch da. Hä? Wenn die Nachricht gelöscht wird, dann steht sie bei allen anderen noch da? Bei allen anderen? Da brauchst du doch nicht löschen. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, nicht bei allen anderen, bei sich selber. Aber... Also nicht bekannt. Aber die Nachricht... ...die Nachricht wurde von Flickstrang gelöscht. Warte, was? Okay, Schwemmel kann das Wort auch lesen. Hä? Bei mir wurde die Nachricht gelöscht. No. Okay, die Nachricht wurde nur bei mir gelöscht. Ich weiß nicht, was bei mir steht. Ich hab keinen zweiten Bildschirm. Ja. Brownie hat die folgende Nachricht von Flickstrang gelöscht, steht bei mir. Dann... ...passte. Nee, aber die anderen können das Wort noch lesen, deswegen macht's gar keinen Sinn. Egal. Egal. Ich hänge am Haken. Ich merke... Flickstrang, ist das Wort bei dir auch gelöscht worden? Ah nee, warte. Ach, Flickstrang von dir ist ja das Wort. Nein, es ist der Glockenmann. Ach, es wurde bei... Bei mir steht's gelöscht. Okay, bei jedem wurde es gelöscht, außer bei der Person, von der es gelöscht wurde. Okay. Also Flickstrang, für dich sieht's normal aus, und bei mir wurde es gelöscht. Raus, raus, raus. Wie raus? Oh scheiße, er kann mich jetzt... Er kann mich jetzt mohren. Aua. Mich auch. Bist nicht alleine, für dich. Okay, bei Schwemmach steht's auch hier. Hä, wieso gehst du? Aua. Okay, zeig dem Killer, dass wir hier sind, statt den Jen einfach zu machen. Er weiß halt nicht, dass ihr dort seid, oder? Nee, komm. Herzlich willkommen, Daniel. Daniel sagt nein. Warte, Elsa, Elsa. Ich hab mich runter, wenn er da ist. Nee. Nicht dein Ernst, das war so dumm von ihm. Das war so dumm von ihm. Daniel, was? Nein. Daniel, schreib mal ein böses Wort. Ich will mal gucken, ob der Mod weggenommen wird jetzt. Früher war es so, aber jetzt ist es nicht mehr so. Boah. Okay, der hat sich gemoriert. Ja, der Random hat mich nämlich einfach viel zu früh runtergenommen. Oh, und dann kann man einen morieren. Ich war vorhin schon da. Ja, mach mal. Daniel, mach mal. Mach mal, dass deine Nachricht gelöscht wird. Ich will gucken, ob der Mod, äh, ob der Bot hier dann, äh, immer noch Mod wegnimmt. Warte mal, was? Warte, wir brauchen noch einen Jen, dann können wir gehen. Okay, ich sterbe. Noch ein Toter, dann können wir raus. Oder einen Jen. Hören Sie mich. Äh, Blackstrain ist sowas, fragt man normalerweise nie, weil genau so wird man meistens keinen Mod. Denken Sie dran. Daniel, schreib jetzt ein böses Wort. Schreib jetzt ein böses Wort, Daniel. Du hast meine Erlaubnis. Isa ist im Keller. Scheiße. Ich hol dich. Okay, der Random ist einfach... Daniel ist die weiblichste Person auf diesem Server. Dann bin ich die männlichste Person. Och man, er kämpft dich. Ja, ich merk das. Isa, es wird alles gut. Nein, 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 nicht Selbstmord. Nein, nicht Selbstmord. Brav, Isa. Brav. Das klingt so süssig im Mund höher. Wo geht's denn den Keller? Nein, Isa. Isa. Wo geht's denn in den Keller? Weißt du das? Isa, lass die Scheiße. Okay, jetzt schaffe ich das nicht mehr in Phase 1 dich zu holen, weil du hier rum gespaßt hast. Toll gemacht. Ist egal, der hat eh Mori. 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 Memento Mori. Lass noch einen Gen machen, dann können wir abhauen. Lass noch einen Gen machen, dann können wir abhauen. Memento Mori. Weiß nicht warum, aber ich mag's Memento Mori. Der Gen ist da vorne. Der Gen ist da vorne. Der Gen ist da vorne. Wir müssen nur noch an den Killer vorbei. Isa, wird sie gut? Ne, natürlich kannst du nächste Runde mitmachen. Du kannst jede Runde mitmachen. Wer? Hier, Flixbus. Also. Wo ist der Killer? Entschuldigung, Isa, du hast den Balken nicht durchgezogen. Wo ist denn der Killer? Der Killer ist bei mir, ich kann nicht machen. Sie macht grad ein Gender-Fasswärtiges. Ja, ich kann nicht. Der Killer war grad genau vor meiner Fresse. Eventuell ist er sogar noch hinter mir. Aber! Isa, such die Luke, wir haben beide Schlüssel. Oh, warte, mein Schlüssel? Mein Schlüssel funktioniert schon wieder nicht! Ey, ich hab irgendein On mit, dass mein Schlüssel nicht geht, oder? Isa? Scheiße, ich bin so dumm. Isa? Warum liegst du? Hast du versucht, den anderen zu holen? Hier ist Luke, ich könnte gehen. Das ist scheiße. Ich weiß es grad nicht. Isa, tot. Ja, und der Random hängt am Haken. Ich versuch den Random zu holen. No, don't do it. Sag mir, wenn der Killer da ist. Ja, ja. Er ist da. Wo? Ich bin so halt bei ihm. Kämmt er? Von... Er ist mein, deine... Ja, er kämmt. Er rennt um Rino. Lohnt sich's nicht. Bleib versteckt. Und such die Luke. Ich hab die Luke schon. Ja, okay, dann passt's dir. Warte, bis er stirbt. Hä, ich kann auch jetzt schon gehen. Ja, eben. Ne, warte. Ich warte, bis er stirbt. Äh, dann kann ich nämlich den Schlüssel mitnehmen. Isa. Oder? Ja, eben. Wenn ich den Schlüssel nicht benutze. Beste Mann. Tipo. Nimm meinen Schlüssel. Ich hab einen roten, der ist doch viel besser. Hä? Warte, was? Warum soll ich deinen Schlüssel nehmen? Ich kann nur einen Schlüssel. Ich kann nicht jetzt... Ja, nee. Damit du halt... Also, ich weiß nicht... Vielleicht hat's jetzt nicht... Verbrauch meinen. Äh, dir ist klar, wenn ich dein... Sobald ich den Schlüssel benutze, bin ich raus, Isa. Das heißt, ich kann nicht deinen Schlüssel benutzen. Und dann zurückgehen und meinen Schlüssel holen. Dann ist der einfach weg. So sieht's aus. Cool. Oh, du hast einen Add-On dafür. Ach so. Ja, das sagst du jetzt. Jetzt ist es vorbei. Egal. 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 Wusste ich nicht, Isa. Ist egal. Aber ich hab den roten Schlüssel. Egal. Ich bin ja ohne Schlüssel rausgekommen. Den Schlüssel hab ich jetzt immer noch. Bam. Alles. Egal. Was für ein Level bin ich jetzt? 30. 6 erst. Ich sag 30. Rette eine Überlebung vom Haken, nachdem der Endspieluntergang begonnen hat. Das ist eigentlich easy. Oh, ich hab nur noch Killer-Missionen. Scheiße. Oh Gott. Ich hab ja wirklich nur noch Killer-Missionen. Oder zweimal Killer-Betäuben. Wir machen Endgame. Endgame? Und Schlüssel? Mein PC geht ab. Was? Schau mal das Addon von Michigan Class. Was für ein Glas? Michigan. Michigan Class. Ruhe. Wir gehen weiter. Ich mach das grad nur awkward. Ich mach das so awkward. Bereit drücken. Flix Train ist da. Wir spielen. Lass uns ziehen. Wird das nur schön. Jens. Wir gehen raus. Daniel, hast du jetzt mal was geschrieben? Hast du jetzt ein böses Wort geschrieben? Oder Isa? Wirst du mal ein böses Wort schreiben? Er hat geschrieben, dass er ein böses Wort geschrieben hat, vor einer Weile. Hä? Wann denn? Wo denn? Richtig oft! Hä? wo denn ja ich hab's gesehen ich hab's gesehen lol Daniel ich hab's gesehen danke Daniel lol es funktioniert es funktioniert es ist schön es ist schön dass es funktioniert wieder etwas Gutes getan dann kann ich das abhaken als fertig in meinem Zimmer ist es so warm und draußen ist es alles falsch warum trägt ich überhaupt ne Pullover warum du ne Pullover trägst ich zieh mir Morgenshirt an ach stimmt ich wollte eigentlich schon vor 2-3 Stunden Shirt an wie lange hast du Java gelernt äh ungefähr 5 Jahre nice ich muss bereit drücken ja ich hab auch schon einiges programmiert Flickstrain und ich bin mittlerweile so ich glaub ich könnte einfach jetzt alles programmieren ich hab auch mal in der Schule programmiert aber ohne Programmiersprache das macht keinen Sinn mit Baustein oder was kann sein Flickstrain du schaffst es in einem Jahr aber das ist dann so ein ultra krasser Hickstrain Intensivkurs ich möchte mal eine andere Sprache lernen nabend Nivi 94 und gute Nacht Daniel gute Besserung bleib gesund pass auf dich auf brauny demnächst in der Zeitung weil er Donald Trump hackt ich hab davon gar keine Ahnung bloß Witte brauchst du auch nicht Nee ich hab's auch von Programmieren keine Ahnung du hast nichts verpasst du bist einfach Standard wie alle anderen aber ich weiß dass ich mal in der Schule irgendwas programmiert hab ich weiß krass es war was sehr simples Flickstrain aber so programmieren lernen ist halt eine Sache die andere Sache ist es Ideen zu haben was du damit dann machen sollst es ist genauso wie Mario Maker da kann jeder Heinz und Kunst kann äh eine Welt bauen aber das Schwierige ist dort nicht mehr die Welt zu bauen stell dir vor Programmieren ist das gleiche wie eine Welt zu bauen mit dem Editor aber das Schwierige ist eine Idee zu haben und das umzusetzen das ist die eigentliche Kunst das ist das was du nicht erlernen kannst Kreativität und die brauchst du ich hab Kreativität dir bringt es nichts in Mario Maker Maps bauen zu können wenn du keine Kreativität hast und es bringt auch nichts zu programmieren wenn du nicht weißt was das ist das ist halt bei vielen Sachen so die so viel mit Kreativität zu tun aber du halt nicht alles nicht alles Nivi hat eine Frage gestellt besorgst du dir eine PS5 oder Xbox äh Series X ähm ich wenn ich mir was besorge vermutlich eine Playstation die Xbox ist geiler definitiv aber ich habe einen PC letztes Jahr gekauft einen neuen und alles was auf der Xbox läuft läuft auch auf meinen nagelneuen PC Xbox ist geiler aber ich werde mir die Playstation kaufen vermutlich wenn ich sie denn kriege die ist ja überall ausverkauft muss man gucken ok jetzt ich muss zwei Patser mehr zu machen das ist mit die ganzen Leute mich welche Leute ich denke du wohnst auf dem Berg da ist niemand wo in der Wohnung in der Wohnung hören dich Leute nein wenn ich mein Fenster offen hab das halt da draußen so richtig äh Flix Train ja wenn du keinen PC hast die Xbox zum Zocken eignet sich besser die kostet nur 500 Euro beziehungsweise 300 äh ein gleicher PC wenn du wenn du ne kostet halt einfach mal so 2000 Euro deswegen Xbox ist schon geil braun die später PS5 streams mit Isa keine Ahnung die Lüfter sollen noch laut sein bei der 5 genau daran arbeiten sie ach komm ganz ehrlich die verarschen euch da wieder ich würde da gar nichts drauf setzen äh es wird dann irgendwann eine Revision geben eine bessere Playstation 5 und da wird es dann alles besser sein ja es ist halt normal ja Xbox ist quasi ein Gaming PC für 500 Euro von Xtrain da kannst du dann alles drauf spielen alles bin schon wieder verflucht ist heute mein verfluchter Tag ach da hinten hier ist ein Gen mit dem Kürbiskopf let's go wir gehen rein ja na du nicht du musst woanders hin ich muss im Endgame jetzt jemanden runterholen also let's go Leute macht den Endgame auf warum das ist voll sweet das ist voll sweet sie lässt sich arbeiten und du freust dich auch noch hä ich meine ich freue mich auch in der Schule wenn die Lehrer mal aufkommen zu reden und uns Arbeit geben dann kann ich endlich an was selber arbeiten was nicht die ganze Zeit zuhören von Sachen was habt ihr heute gebacken? ich hab Ferien oh schon wieder Ferien aber ich hab trotzdem mit meiner Mutter heute gekocht und was? äh Kartoffelleibchen Kartoffel was? Leibchen Leibchen? was sind denn Kartoffelleibchen? das sind Leibchen die aus einem Teig mit Kartoffeln bestehen und die werden halt getoren dann bratet man die und dann sind sie fertig äh was? die Kartoffeln was wären die? die wären geformt zu kleinen Leibchen ja und nein also halt in der Art oh Killer kommt der hat mich gesehen und oh warte ich hol den anderen hier ich bin am nächsten ja ähm den anderen vor allem das klingt so abgewiesen tut mir leid oh er hat mich getroffen warte kannst du mir kurz folgen äh Flix Train wie Flix Train du hast die Palette getroppt und wurdest trotzdem geknappt äh geschnappt ich heil ihn noch kurz und dann äh sorry das wollte ich nicht ich hoffe ihr seid jetzt nicht dort irgendwie in der Nähe von Jen ok doch ich glaube ihr seid in der Nähe von Jen ja ihr seid dort in der Nähe von Jen ich bin da könntest du vielleicht oh das ist nicht was Was? Ich hol dich. Warte, lass uns dann... Warte. Auf wie viel ist das Jen? Äh, drück den einfach ran. Ja, okay. Der braucht noch ne Weile. Egal, mach den Jen, mach den Jen. Ich hab einen selber. Ja, okay, ja. Ich hab dich direkt gefragt, heilt sich selber. So macht einer den Jen, der andere heilt sich selber. Äh, dann sparen wir uns Zeit. Ich glaub da... Und hier hinten ist noch ein Jen, den mach ich auch schnell. Ne, ne, der kommt nicht zu mir. So, und wenn der andere jetzt auch einen Jen macht, der liegs Train Bus, dann sind wir im Endgame. Oh, der kommt, der Killer kommt zu mir. Oh, ich hatte den Fass verkackt. Oh, der Killer hat mich gefunden. Oh. Ja, ich bin hier fast fertig. Ich bin mir noch ein bisschen frei. Nein! Mann! Warum immer ich? Scheiße. Wo sind die ganzen Jack-Pellets? Keine Ahnung, ich hab keine benutzt. Oh, jetzt hab ich ihn gestunnt und ich hab die Mission mit nicht. Kacke. Soll ich hier noch ein bisschen... Oh! Ich mach dem weiter, den du nicht beenden kannst. Ich glaub, dass das der ist. Besser ist. Ja, es ist der, den du gemacht hast. Weil ich war gegenüber von dir. Ich hab ihn lange aufgehalten. Sehr lange aufgehalten. Hab dieselbe Aufgabe, Isa. Ich hab die Aufgabe nicht. Ich hab die Aufgabe im Endgame, mir Matten runterzuholen. Und ich bin im Teller. Oh, ne. Ich bin zu 60% Zucker fertig. Ich bin schon Phase 2! Hast du nicht gedrückt? Wenn er weg geht. Hast du vergessen zu drücken? Ja, ich hol dich. Ich hol dich. Ich hol dich. Wenn er nicht kommt. Endgame hab ich auch. Achso, Isa. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ein bisschen doof jetzt, Isa. Hätten wir uns mal absprechen müssen. So, ich komm zu dir runter. Oder? Vielleicht... Ich hab BT, ne? BT geht nur, wenn du in ner Dings bist. Ja, ich hab BT. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ja. Pass. Pass, pass, pass. Gut. Nice. Dadurch bist du jetzt locker entkommen, ne? Ja, ja. Bin ich. Alles gut. Dankeschön, Joachim. Wie bist du? Oh, bitte. Hier ist ein Jen, der ist bei 99. Am Ausgang. Kommt mal zum Ausgang. Oh, jetzt können wir Endgame machen. Ja. Jetzt können wir Endgame machen. Aber Endgame ist erst, wenn man ne Tür öffnet. Guck, 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 guck. Okay, gut, Isa. Äh... Isa macht jetzt die Endgame-Aufgabe. Stimmt's, Isa? Isa, let's go. Kann sich einer nochmal dann anhaken? Dann mach ich die auch. Genau, wer, wer, wer... Warte, der andere Ausgang ist dorthin. Make the Endgame open. Endgame is open. Ist... Hol ihn runter, dann hast du die Aufgabe. Ich brauch die aber auch noch. Lol. Äh... Warum ich? Warum ich? Warum ich? Renn einfach zum Ausgang. Hi, aua. Was machst du denn? Hi. Du hinkst schon zweimal, ne? Ich mach, hi. Ne. Einmal? Einmal. Ja, einmal. Das ist jetzt das zweite Mal. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay, ich muss dich jetzt holen. Lass mich dich holen. Isa, Isa, lass mich ihn runter holen. Ja, ja, sie ist weg. Aber... Bring nicht den... Nicht mit dem Killer... Um sie loopen. Dann kann ich sie nicht holen. Nein, mach sie nicht. Ja, aber der Killer ist grad bei dir. Ja, ich weiß. Okay, warte. Ich warte auf ne Chance. Ja, könnt ihr den Killer irgendwie weglocken? Wir haben halt alles gerade beisammen, wenn... Danke, Flixtrain. Renn weg, renn in die andere Richtung. Nein, renn raus. Hä, der Ausgang ist gar nicht offen. Ach man. Raus! Raus! Rennt raus. Also zumindest du, weil du hinkst schon. Ich bin raus. Ich bin raus. Blend ihn! Ja! Nein, du hast ihn nicht beim Aufheben geblendet. Du hättest ihn blenden können beim Aufheben. Er hat genau in deine Kamera geguckt. Du hättest ihn blenden können, Flixtrain. Nein. Ach du Halt. Ich komm raus. Ich komm raus. Gut, 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 gut. Nein. Alter, das war knapp. Aber Flixtrain, du hättest ihn blenden können. Nein. Du hast verkackt. Du hast auch seinen Schnippel geblendet. Bei mir hast du nach unten geblendet. Du musst nach oben blenden. Du hast irgendwie hier so, weiß ich, Genitalienhöhe. So, Aufgabe haben wir beide gemeistert, Isa. Wie krass ist das denn? Ja. Geil. Mein Perk hat's gerissen. Was war denn dein Perk, Isa? Äh, dieser, dieser, bam. Dieser Glitch, oder was? Dieser Glitch-Perk. So, jetzt habe ich nur noch eine Mission. Und dann bin ich durch. Dann habe ich nur noch Killer-Mission. Ah ne, hier dann noch. Ja. Entkomme zwei Jagden als Nea. Aber dafür muss ich... Ja, Nea, keine Ahnung. Die ist bei mir Rang 1 oder so. Aber ich muss erst mal das hier machen. Betäube den Killer viermal. Uiga, uiga, uiga. Mein Perk hat dafür gesorgt, dass du schneller wickeln kannst. Uiga, uiga, uiga. Oh, wusste ich gar nicht. Wie geil. Vielen lieben Dank, Isa. Beste. Wie lange... Wieder was... Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Wie lange streamst du jetzt eigentlich noch? Wir haben schon fast... Ich stream seit fünf Stunden, Alter. Seit fünf Stunden? Warum? Mach da mal aus. Oder eine Pause. Hä? Na, wie Pause? Ich muss morgen arbeiten. Wenn, dann mache ich aus. Ja, dann mal aus. Ja, mache ich ja gleich. Null Uhr. Spätestens null Uhr geschlafen. Ja, okay. Dann noch diese Runde und dann geh zu schlafen. Einmal aus. Denn departiert Walken. Waf denn Dann habe ich über snakes. Du sitzt da und früh, sicher lege. Ich muss ja Paulin fest calculations. Ich habe nichts, was ich noch mal verbessert. Du bist verm forever. So palavra supplies Sounds Easter. Runde war echt geil, sowas ist es. Diese Runde war richtig geil. Es war jede Runde bisher geil. Absolut jede Runde. Schaut euch mal an, ich bin gleich Rang 6, weil es nur gute Runden waren. Ich mag es, dass mittlerweile Tage dort steht und nicht nur Stunden. Wo, wo steht, wo, was meinst du? Wenn du Watchtime. Achso. Ja, ich werde auch bald einbauen, dass da auch Monate steht. Cool. Weil es gibt schon Leute, die haben mehr als 30 Tage. Also ja, das wird schwierig. Einen Monat hat ja zwischen 29 und 31 Tage. Ja, und es gibt einen Monat, der 28 Tage hat. Nimm einfach 30. Oder ich nehme den Mittelwert. Ne, 30. Nimm einfach 30. Ja. Fliegstrain, wenn du beide Accounts verknüpft hast, dann wären eh alle Watchtimes zusammenaddiert. Einfach beide Accounts verknüpfen, dann hast du alle Watchtimes zusammen. Es ist ja auch, wenn so viel Energy zu trinken am Abend, wenn ich schlafen gehen soll. Ich mag generell keinen Energy und ich bin gut darüber. Du kannst auch Discord, kannst du beide Accounts verknüpfen, Fliegstrain. Du kannst ja 20.000 Blutpunkte verdienen. Das ist easy. Das sind erstmal zwei Runden oder so. Einfach die Gents machen. Das ist jetzt letzte Runde, glaube ich. Wie gesagt, weil die Wartezeiten, bis man in der Lobby kommt, ist mühsam. Verstehe ich gar nicht eigentlich. Oh nein, ich habe nichts mit. Hä, wieso habe ich nichts mit? Ich bin doch entkommen. Hä? Hä? Wo ist mein Koffer hin? Ich bin doch entkommen. Ach Scheiße, der hatte den Perk mit, dass man die Sachen fallen lässt, ne? Kann das sein? Kann sein. Kann sein. Fliegstrain? Hä? Du heißt doch bereits Fliegstrain. Fliegstrain. Wie die Fäule? Woher weißt du, dass es jetzt die Fäule ist? Aufheгляд. Bei uns. Was ist es? Aufheгляд. Der ist nicht zu. In der Zeit habe ich alles. Äh. Es ist nicht zu schnell. Ich bin doch vielleicht etwas. Ich bin doch schlimm. In der Zeit habe ich es nicht zu viel. In der Zeit habe ich mich. Haben Sie denn? Du musst noch 1,4k Scherben haben, musst du nicht, Flixtrail, einfach jeden Tag einloggen. Du kriegst jetzt, die nächsten Tage, bis 4. November, wenn du dich jeden Tag einloggst, ganz viel Scherben. 10.000, glaube ich, insgesamt. Äh, 1.000. Äh, 10.000. 10.000 und dann kannst du dir für 9.000 sogar einen Skin kaufen. Yeah. 9.000 Zuschauer nur noch. Ja, I don't know. Irgendwie in der letzten Zeit, dass ich immer reingekommen bin, waren richtig wenig Leute da. Vorhin 5. Ja, DVD wird nicht so gut, äh, kommt nicht mehr so gut an. Ja, ich mein... Die haben irgendwie keinen Bock mehr, die spielen jetzt alle irgendwie Rocket League, weil's kostenlos ist. Ja, klar. Es sind halt nur noch kostenlose Games, die, die Leute zocken, alles andere ist halt scheiße. Find ich schade. Okay, ich zock auch Rocket League. Ja, nur noch kostenlos. Nee, tue ich nicht. Tue ich tatsächlich nicht. Weil das Ding ist halt einfach... Oh nee, wie viel Zeitung Quote hat er gut eigentlich? Sobald ein Game irgendwie kostenlos wird, verliert es für mich seinen Wert. Weil es hat kostenlos. Es hat keinen Wert mehr für das Ding. Ähm, ich hab hier so ne Statistik. Such's. Zeig ich dir nachher. Jo, und der fangt schon an. Ich guck nachher, wie viel Zeitung Quote er hat. Ach, du heilig, was ist denn das für eine Map, warum Hankman spielt? Das ist ne, das ist die neue Map, also nicht neu, sondern die ist grafisch neu überarbeitet. Flixven, du kannst da gleich mal ne Zahl reinschreiben in den Chat, was du glaubst, in welcher Größenordnung der, der Bot hat. An Zeilencode. Und dann sag ich dir, wie viel Zeilencode er hat. Warum kommt mir die Map zu null bekannt? Äh, das ist ne alte Map, aber komplett grafisch neu gemacht. Vor allen Dingen die Steine und die Bäume sind neu und Gras auf dem Boden. Deswegen kenn ich sie nicht, okay. Aber die Map müsstest du kennen. So? Ist halt grafisch, nur komplett neu. Kehla kommt, ist der, äh, Live-Gamer. Oh ne, nicht der tut. Oh, der Wald ist so krass jetzt. Die Bäume sind auch viel dichter, kann das sein. Oh ne, sag mir nicht, da kommt... So, furcht. Fertig. Okay, gut, nice. Alles gut, alles gut, bin allein. Bin allein. Ich bin einer der neun. Was bist du, neun? Ach so, ein Zuschauer. Der random stellt sich einfach vor mich an. Ach, come on. Au. Au. Ich bin in einen Stein reingelassen, als ich ausweichen wollte. Ich hab die Uhr. Es ist nur Uhr, Mann. Letzte Runde für mich. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Oh, come on. Okay, geht's in random, das ist nichts. Ey, es spielt kein random mit, ist dir klar, ne? Okay, ach so, das ist nichts. Okay, random, Isa. Sorry. Ich bin... So, random, Isa, let's go. Sorry. Gewohnheit. Oh, wir haben, wir haben, äh, ich hab gar nicht, hab ich gar nicht mitbekommen. Was ist das? Was für ein Perker ist denn das? Haben wir, äh, Ruin oder was? Haben wir Ruin? Äh, I don't know. Irgendwas haben wir. Eine Ruin ist es nicht. Ne. Hab ich auch schon gemerkt. Ich mach einfach den Gen jetzt hier. Let's go. Da sind wir fertig. Letzter Gen. Bin schon bei 10%. Kann mich jemand... Der Killer macht einfach gar nichts irgendwie. Ich müsste ihn eigentlich noch zweimal, äh, betäuben. Das Bild ist einfach dunkel. Hä? Was ist wo? Hier hinten und da hinten. Aber machen wir den Dabber und so. Oh, scheiße, ich wurde gefangen. Neu, er hat mich nicht mal den Fug ermischt. Äh, sollen wir komplett aufmachen oder nur 99%? Macht komplett auf. Komplett... Okay. Ich vertraue dir. Ähm, muss ich nur noch den Ausgang finden, Loi. Ähm... Ja, der war hier. Ja, ich hab ihn. Bin da. Gut. Na, warte. Okay. Danke. Äh, wo ist Flixbus? Hä, jetzt sind doch alle da. Vorsicht! Sorry, ich bin raus. Hä, wo ist... Isar? Wieso, wo geht denn der jetzt hin? Isar? Mann, ich will, ich will, ich will, ich will ihn betäuben, aber er kommt nicht, um mich zu, äh, betäubt zu werden. Ne, er würde dich ja so, dass du nur mitreißt und mit seiner Waffe... Ja, aber er soll, er soll hier. Ich will ihn betäuben. Ich hab zweimal betäuben als Mission. Ein Dunkeln ist gut munkeln. Ein Dunkeln. Ich werd das nicht schaffen mit dem Betäuben. Wo ist denn der Keller? Ja, mach's halt einen anderen Raum. Ja, da muss ich wohl gehen. Oha, ist voll der Pixelbrei hier auf dem Boden. Ist das bei euch auch so verpixelt? Warte. Isar, ist das bei dir auch ver... Hast du grad echt die Palette umgeworfen? Ja, hast du. Lauf! Was, ihr hat Nullt? Hä? Du wurdest doch gehittet, oder? Eigentlich nicht. Achso, hab ich gar nicht mitbekommen, Leute. Ich bin so dumm. Jetzt bin ich gestorben, weil ich einfach nur dumm bin. Ja. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Run, raus, 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 run, 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 run. Ja, Isar ist noch gut. Neeiins. Ich hätte wenigstens die Palette umstoßen können, aber irgendeiner hat sie einfach so umgestoßen. Das war Isa. Mann, Isa, warum hast du sie umgestoßen? Ich bin sogar vom Haken runtergekommen. Ich bin sogar vom Haken. Egal, egal. Das war einfach Dummheit von mir. Nein, eigentlich war es keine Dummheit, weil ich bin reingegangen und wollte Isa helfen, weil sie ja irgendwie getroffen wurde, weil sie nicht rausgegangen ist. Dann bin ich zurück und ich wurde dann verarscht. Mikhail Winter, herzlich willkommen. Hi. So, jetzt ist Mitternacht. Ich wollte ihn anlocken. Hast du auch geschafft. Du hast ihn angelockt. Und dann bin ich gestorben deswegen. So sieht es aus. Aber trotzdem war eine schöne Runde auch, wenn ich gestorben bin. Ich muss gehen. So, jetzt kannst du ja nochmal raten, wie viele Zeilen Code der Bot hat. Äh, Flickstrain. Wo sehe ich denn das? Gar nicht so viel. Ja, was, sieben. Nice ist ein Code, musst du eingeben. In DVD. Jetzt immer noch Zahlen beschrieben. Flickstrain. Äh, Flickstrain, der 22.500. Alter, einer meiner Freunde ist so dumm. Einer hat gesagt, er solltest eine Million, er solltest einen Chat machen und dort ist eine Million draufzählen. Okay, mach mal. Es war 1531. Ja, also 22.500 Zeilen Code, Flickstrain. Äh. Das macht er seit drei Stunden. Warum? Ne, warte mal. Es sind sogar 22.800 Zeilen. Und ein Megabyte. Das sind nur, das sind nur Textdateien und ein Megabyte sind die ganzen Textdateien. Sag mal, wie viele, wie viele Dateien sind das? 96 Dateien. Ich hab vergessen, dass ich eins. Zeig mal, wie dir das aussieht. Die ganze Struktur. Es sind 96 Dateien. Ich hab, das kann ich dir jetzt nicht zeigen. Vielleicht irgendwann mal. Gut, ich bin raus, Leute. Schade, dass ich gestorben bin. Aber passiert, passiert den Besten quasi mir. Ist halt so. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Morgen ist Dönerstag. Beziehungsweise heute. Willkommen. Bis morgen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Tina. Danke, Isa. Danke, Flicksbus. Bis zum nächsten Mal, oder? Ich muss den Battle Pass machen. Ich hab Zeit. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.